Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Das ist ein Podcast von einer Philosophin, das bin ich. Ich heiße Rebecca und einem Linguisten, das ist Paul. Hi. Und in diesem Podcast geht es um unsere beiden Disziplinen, um Popkultur und alles, was uns sonst noch so interessiert. Heute fangen wir vielleicht mit einer Folge an, die zufällig eine Reihe werden könnte, was vor allen Dingen an unseren Instagram-FollowerInnen liegt. Aber ich muss vielleicht kurz ausholen, um zu erklären, was wir heute vorhaben. Paul und ich hören ja ganz gerne einen Podcast, Very Bad Wizards. Das ist sozusagen unser Vorbild-Podcast. Das ist ein Philosoph und ein Psychologe, die sich gemeinsam unterhalten. Und den haben wir schon ganz lange gehört und dachten irgendwann sowas so wie, das könnten wir ja auch machen. Und dann ist unser Podcast sozusagen entstanden. Und wir haben letztens eine Folge gehört, wo sie unter anderem über die Definition von Cringe geredet haben. Also sie haben sich beide so gefragt, was heißt das eigentlich, wenn wir sagen, das ist Cringe? Und dann haben sie so ein bisschen aus Spaß so eine Conceptual Analysis von dem Begriff Cringe gemacht. Das heißt, sie haben versucht, notwendige und hinreichende Bedingungen aufzustellen, damit etwas Cringe ist. Und dann dachten wir beide so, das können wir ja auch machen. Natürlich nicht mit Cringe, weil wir haben ja schon einmal gehört, was Cringe ist von den beiden. Und dachten uns, wir machen einfach so ein bisschen mehr aus Spaß auch, machen wir mal so eine Instagram-Umfrage und sagen, ey, schickt uns mal Begriffe, vielleicht eben so Jugendwörter, aber auch Alltagsbegriffe, die wir für euch definieren sollen. Und da kam unfassbar viel. Also muss ich einfach hier an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank für diese ganzen Begriffe. Deshalb wird es vermutlich auch eine Reihe sein, denn es sind so viele, wir dachten halt ehrlicherweise, es kommen vielleicht zwei oder drei und da machen wir halt so eine Folge. Aber wir haben echt viele gekriegt, auch von manchen Leuten super viele auf einmal. Also vielen Dank an alle, die uns was geschickt haben. Und deshalb habe ich das jetzt so gemacht, dass ich einfach jeden Begriff, den wir zugeschickt bekommen haben, auf einem Blatt geschrieben habe, das zusammengeknüllt habe. Das liegt jetzt vor uns und wir werden gleich wie lose daraus ziehen und das ganz spontan definieren. Denn wir wollen nicht vorher nachgucken, was das heißt, sondern der Plan ist eigentlich, wir ziehen das jetzt, reagieren spontan darauf, im Gespräch versuchen wir notwendige und hinreichende Bedingungen aufzustellen, um den Begriff zu definieren. Und danach gucken wir vielleicht einfach mal nach, wie wird der denn so definiert von professionellen Menschen, oder? Ja, ich muss schon voll lachen, weil ich finde, ich glaube, nur jemand, der professionell Philosophie betreibt, kann laut lachend sagen, notwendige und hinreichende Bedingungen. Du freust dich so richtig darüber, dass du das jedes Mal sagen darfst. Ich finde das einfach schön, dass der Konzept schon in der Liste das über solche Sachen macht. Also das ist einfach, so heißt das Verfahren. Man fragt sich sowas wie, vielleicht ein bisschen karätigere Begriffe wie, was ist eigentlich Wissen? Und dann stellen PhilosophInnen meistens so im Lehnstuhl, indem sie darüber nachdenken, eben Bedingungen auf. Also notwendige Bedingungen sind eben Bedingungen, die müssen zwangsläufig zutreffen, damit etwas vorliegt. Und hinreichende Bedingungen führen direkt dazu, dass ein Begriff vorliegt. Aber das können wir euch gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Im Beispiel ist es leichter. Und dann ist es oft so, dass man so eine Definition aufstellt. Wissen ist gerechtfertigte wahre Überzeugung. Und dann geht es so weiter, dass man versucht, so Fälle zu kreieren, wo jemand, wo wir eigentlich im Alltag von Wissen sprechen. Und dann überprüfen wir diese Definition und gucken, ich stelle mir jetzt eine Person vor, die irgendetwas weiß. Und guck mal, passen die Bedingungen wirklich? Oder ich mache irgendeinen Fall, wo eine Person auf jeden Fall etwas nicht weiß und guck, passt die Bedingungen dazu? Das machen wir vielleicht auch gleich ein bisschen. Mal sehen, was die Begriffe so sind. Ja, also ich will nur kurz noch zwei Anmerkungen machen. Also erstmal zu den Very Bad Wizards. Die sind halt natürlich Amerikaner. Deswegen haben sie natürlich Cringe als ein Wort aus ihrer eigenen, also ursprünglich aus ihrer eigenen Sprachfamilie sozusagen definiert. Und wir, bei uns ist es ja schon in die deutsche Sprache eingegangen, was ja ganz oft, also die deutsche Sprache ist ja total durchzogen mit Begriffen aus anderen Sprachen, weil sie halt eben, also banal durch ihre geografische Lage in der Mitte von Europas viele Einflüsse hat. Und wir natürlich Englisch als zweite Sprache relativ früh lernen, fünfte Klasse, teilweise sogar schon ab der dritten Klasse. Und deswegen sind wir mit der Sprache vertraut. Sie ist uns eh nahe, weil sie eben auch eine germanische Sprache ist oder indogermanische Sprache oder indoeuropäische Sprache, könnte man noch präziser sagen. Und dadurch können wir uns sehr schnell daran gewöhnen in gewisser Weise, um es jetzt ganz kurz zu fassen. Und ich fand es halt ganz spannend oder musste mich ganz stark zurückhalten, mich nicht vorher über diese Begriffe zu informieren. Ich kenne auch, ein paar habe ich natürlich mitgekriegt, weil ich ja auch bei Instagram reinschaue. Aber ich als Linguist, eben nicht als Psychologe sozusagen das Pendant bei Very Bad Wizards zu Rebeccas Philosoph, würde natürlich sofort erstmal in das Lexikon gucken nach der Standardbedeutung. Und was die Standardbedeutung ist, ist natürlich auch eine große Frage. Und ich kann euch nachher erzählen, wie das entsteht, wenn es irgendwo Sinn macht. Weil typischerweise die Begriffe, die ihr gefragt habt, die ich gesehen habe, sind ja so, dass sie sich von dieser Standardbedeutung lösen. Das ist ja das Interessante eigentlich, dass wir Wörter, das ist auch ein typisches Merkmal unserer Zeit, der gegenwärtigen Sprache, dass wir ganz viele Begriffe zum Beispiel aus fachwissenschaftlichen Kontexten, sehr spezifischen Kontexten herausnehmen und sie in unseren Alltag hineintragen und dort ihre Bedeutung verengen, erweitern oder ganz komplett verschieben vom Ursprünglichen sozusagen. Und das finde ich irgendwie total interessant. Deswegen hätte ich schon, würde ich jetzt als Linguist sagen, das ist sozusagen, ich habe das Bedürfnis, das jetzt einmal zu sagen, bevor wir anfangen, eigentlich müsste ich, um methodisch sauber als Linguist zu arbeiten, schon gucken, was im Duden steht, ob das Wort im Duden steht oder in anderen Wörterbüchern, die sozusagen den Anspruch haben, die gesamte deutsche Sprache in ihrer Gegenwart abzubilden, damit ich damit arbeiten kann. Rebecca hat mir das aber verboten, deswegen werde ich jetzt mehr spekulieren, als als Linguist in typischer Weise tun. Das müsste ich nur einmal loswerden, weil ich dachte, das wäre langweilig, wenn wir erst nachgucken. Ich dachte, das ist viel witziger, wenn wir zusammen uns auf eine Definition einigen oder vielleicht streiten wir auch, ich bin mir nicht sicher. Und dann hinterher gucken, was sagen eigentlich die Wörterbücher und dann zu sehen, ah stimmt, diesen Punkt, den haben wir gar nicht bedacht oder krass, das benutze ich ganz anders im Alltag oder so. Das finde ich irgendwie viel interessanter. Okay. Okay, ich muss auch dazu sagen, ich habe die Begriffe ja alle aufgeschrieben. Es gibt auch einen Begriff, den kenne ich nicht. Also ich bin ja auch 30. Ich glaube, ich weiß auch nicht mehr, was die Jugend heute sagt. Ja, was soll ich denn da sagen? Das heißt, möglicherweise gibt es auch einen Begriff, den wir beide nicht kennen. Ich bin mir nicht sicher, ob du den kennst. Ich sage es jetzt natürlich nicht. Wir werden, genau, wir haben jetzt echt, ich weiß nicht, das sind so 15 Begriffe vielleicht. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir schaffen. Ja, und einige kamen auch mehrfach, die sind auch mehrfach drin, damit sie eine höhere Chance haben, ausgelost zu werden. Genau, ich glaube, es gab zwei Begriffe, die doppelt kamen oder drei. Und genau. Ja, stimmt, die sind zweimal drin, richtig. Ja. Da sind sogar weniger Wörter, du hast recht. Das heißt, es sind so keine Ahnung, zwölf. Ist ja auch völlig egal. Möchtest du den ersten Begriff? Ja, okay, dann ziehe ich jetzt den Begriff, unser erster zu definierender Begriff ist, ich muss ein bisschen umrühren. Damit man auch hört, dass wir wirklich mal ein bisschen machen. Hier sind so tüdelü, die Ding, die Ding, die Ding. Alle die Kopfhörer haben. So, und das erste, der erste Begriff, den wir definieren, ist Kunst. Oh Gott. Kunst. Okay, so viel zum Thema. Wir machen Jugendbegriffe. Ja, genau. Kunst, habt ihr schon mal schlecht gehört. Ein paar Alltagsbegriffe sind auch dabei, wobei, ob das jetzt ein Alltagsbegriff ist. Ich bin sehr froh, dass ich heute mit dir hier sitze, um Kunst zu definieren, weil das ist ja eins deiner Arbeitsschwerpunkte. Das heißt, ich werde mich kurz zurückziehen und dir zuhören, wie du Kunst definierst. Ja, super. Oder soll ich mit meiner Leiden einbeziehen? Nein, nein, nein. Ja, ja, genau. Vielleicht erzählst du kurz, dass du dich auch linguistisch mit Kunst auseinandersetzt. Ich beschäftige mich ja nicht linguistisch mit Kunst, sondern mit Kunstkommunikation. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil Leute sonst sagen, das könnte auch auf Kunstwissenschaftlerinnen machen, so brauchen die noch einen Linguisten. Aber der Punkt ist ja sozusagen, mich interessiert nicht, was an der Wand hängt. Das ist für mich auch interessant, sondern mich interessiert aber mehr das, was zwei Leute sagen, die davor stehen oder was sie darüber sprechen, wenn sie nach Hause gehen oder so. Wir hatten ja diese Folge über das Reden nach Theaterstücken. So in dieser Richtung könnt ihr euch das vorstellen. Das ist interessant. Mich interessiert die Art, wie über Kunst geschrieben wird oder gesprochen wird oder gestritten wird, weil das ist ja spannend, weil man natürlich da im sozusagen jetzt ganz wirklich banal zusammengefasst Objekte werden erschaffen, die der hohen Deutungsoffenheit haben, die vielleicht auch politische Relevanz bekommen möchten, indem sie vielleicht ja irgendwelche Debatten anstoßen oder weiterführen oder hinterfragen. Das heißt, da wird ja sozusagen das Kommunikation über Kunst ein wesentlicher Teil von Kunst. Das ist halt für mich zumindest offensichtlich und damit genau mit diesem Abschnitt beschäftige ich mich sozusagen, in diesem Ausschnitt der Welt. Und jetzt weiß ich zum Beispiel, also erstmal banal, das weiß ich ja natürlich ein bisschen, woher kommt Kunst und dieses Kunst kommt von Können, ist halt nicht nur ein billiger Spruch, sondern leider auch etymologisch wahr. Also Etymologie ist ja die Lehre von der Herkunft, von der ursprünglichen oder eher von der ursprünglichen Bedeutung der Wörter. Das hatte ich auch schon mal in irgendeiner Folgeecke, dass das ja lustigerweise, wenn man das Wort wörtlich wiederum die Etymologie von Etymologie sich anschaut, heißt das sowas wie die wahre Bedeutung von Wörtern. Das klingt halt so, als ob man, wenn man in die ursprünglichste Vergangenheit geht und die allererste Verwendung eines Wortes sich anschaut, wüsste man, was denn die Wahrheit ist an diesem Wort, was natürlich auch komisch ist, weil Wörter haben natürlich eine Geschichte. Und bei Kunst ist eben Teil der Geschichte, dass das eben, das sieht man eben tatsächlich an dem Worten, Kunst und Können sind halt tatsächlich irgendwie mal verwandt gewesen. Und das hat also was mit Kompetenz vielleicht am ehesten, könnte man es heute befreien. Das ist sehr, sehr nah, der alte Kunstbegriff ist sehr nah an Kompetenz. Das sieht man auch an sowas wie, was weiß ich, die Kunst des Fechtens oder sowas. Oder die Kunst des Überzeugens. Das heißt ja, wenn man da jetzt Kompetenz einsetzt, ist sofort klar, was gemeint ist. Die Kompetenz des Überzeugens. Hat diese Person Kompetenzen im Feld des Überzeugens? Aber Kunst, Moment, die Kunst des Überzeugens, das ist aber nicht der Begriff, von dem wir jetzt reden, weil das wäre ja eher ein metaphorischer Grund. Wie wir auch sagen, sozusagen Unternehmensphilosophie. Das ist ja auch nicht die Philosophie, die ich betreibe an der Uni oder so, aber man nennt das im metaphorischen Sinne auch. Ja, ja, ja. Genau, genau. So, dann schreibe ich doch direkt mal als erste Bedingung Kompetenz auf, richtig? Nein, nein, nein. Ich wollte nur sagen, das ist die alte Bedeutung sozusagen. Und das Interessante ist ja, dass es sich davon gelöst hat, zu dem Ding an sich halt. Also zu dem, was man herstellt. So meine ich das nicht, aber zu dem Ding, was man herstellt. Es wird etwas hergestellt. Ein Objekt wird hergestellt. Wieso bist du denn so scharf drauf, Dinge aufzuschreiben? Entschuldigung, ich habe ja hier, ich bin ja, du hast dich ja schon professionell mit der Definition von Kunst beschäftigt. Das ist natürlich jetzt ein Nachteil. Wir wollten ja eigentlich Begriffe nehmen, die wir noch nicht kennen, aber das kann ja niemand wissen. Können Sie ja nicht wissen, wer auf Instagram. Und ich dachte, meine, und da ich jetzt nicht so viel da beitragen kann, weil du jetzt wahrscheinlich schon super viele Sachen sagen wirst, ist jetzt meine Aufgabe, scharf nachzufragen, ob das notwendige oder hinwärtige Bedingungen sind. Okay, dann würde ich, ja, das mit dem, okay, ich würde schon sagen, dass das notwendig ist, dass es hergestellt ist und typischerweise auch in der Verwendung des Wortes von Menschen hergestellt. Ein Objekt, das von Menschen hergestellt hat, da stelle ich mir direkt mehrere Fragen. Ich bin jetzt die Person, die auch solche Fälle machen muss, um das zu überprüfen. Was ist mit Performance? Da wird ja kein Objekt hergestellt. Also wenn man jetzt so eine Performance-Kunst macht, also in meiner laienhaften Vorstellung ist das jetzt zum Beispiel jemand, der einfach für eine Woche auf dem Boden sitzt und nichts isst oder so. Das könnte ja eine Performance sein, ne? Ja. Beispielsweise. Das ist ja kein, da wird ja kein Objekt hergestellt. Das stimmt, das ist gut. Also müssen wir jetzt Objekt hergestellt, wegsteigen. Ja, wir brauchen irgendwie sowas Größeres. Also ich meine sowas. Ein Phänomen. Ein Phänomen ist wieder zu, so offen, das sagt auch nichts. Aber ich meine ein Objekt oder ein Ereignis vielleicht. Ein Ereignis, ein Objekt, was hergestellt wird oder ein Ereignis, das arrangiert oder inszeniert. Inszeniert, ja. Inszeniert ist gut, das hört sich auch direkt gleich künstlerisch an. Zweite Frage von Typ, hast du typischerweise von Menschen gesagt oder hast du ausschließlich von Menschen gesagt? Weil dann fragt man sich direkt. Ich glaube, in der typischen Verwendung denkt man nur an Menschen. Also der Hund, der die Tatze in das Feld macht mit dem Stempel und dann auf dem Papier, das ist dann keine Kunst. Das wäre auch nicht mal Kunst, wenn ein Mensch seine Hand fährt. Na Quatsch. Moment, aber wenn es in einer Kunstausstellung an der Wand hängt. Jetzt kommst du schon zu den ganzen, jetzt kann ich ganz kurz deinen Drang unterbrechen, weil ich will jetzt dein komisches, wie heißt das, Konzept schon, da ist das mal unterbrechen mit der Art, wie man im Lexikon was definiert, nämlich, das hat schon Aristoteles gesagt, das muss nichts heißen, aber das zeigt halt nur, dass es bestimmte Traditionen gibt in der Art, wie Wörter definiert werden. Nämlich, wenn man ein Wort definiert, gibt man zwei Dinge an, nämlich das Genus Proximum, also sozusagen den nächsten, nächsthöheren Stamm. Also sowas wie, wenn ich sage, was ist ein Stuhl, dann kann ich sagen, es ist ein Möbelstück, das ist die nächsthöhere Abstraktionsebene. Und dann brauche ich nach dem Genus Proximum eine Differenzia Specifica, also das, was das Ganze spezifisch von anderen Möbelstücken abgrenzt. Also sowas wie ein Stuhl ist ein Möbelstück zum Sitzen. Jetzt könnt ihr natürlich sofort sagen, ja. Hocker und so, ne? Genau, oder sind Stühle auch Hocker überhaupt? Ja, ja, genau. Da kann man natürlich weiter dann genauer fangen. Deswegen würde ich bei Kunst sofort sagen, okay, weil du sagst, zurecht das mit der Ausstellung, sozusagen diese ersten zwei Sachen mit Ereignis, inszeniertes Ereignis oder... Objekte werden hergestellt oder ein Ereignis wird inszeniert. Genau, also ein inszeniertes Ereignis oder ein hergestelltes Objekt, was halt bestimmte Kriterien erfüllen muss. Und diese Kriterien sind halt, das weiß ich aus verschiedenen Kontexten, kann man die am leichtesten so zusammenfassen. Das hat ein Anthropologe, das Name mir jetzt natürlich spontan nicht einfällt, mal schön beschrieben. Der hat sich verschiedene ästhetische Zugänge angeschaut, also ästhetiktheoretische Zugänge zu Kunst und hat letztlich gesagt, es gibt so grob drei Rahmen, vor deren Hintergrund Objekte als Kunst gemessen werden oder nicht gemessen werden, die sich oft auch mit so Leitdifferenzen unterscheiden lassen. Also Leitdifferenzen halt ist zum Beispiel, eine Leitdifferenz im System Recht ist zum Beispiel eben legal illegal oder so. In dieser Spannbreite definieren wir dann Dinge, wenn wir vor dem Hintergrund des Rechts schauen. Und vor dem Hintergrund der Kunst ist eine der ersten typischen Kriterien oder Leitdifferenzen eben die ästhetische Schiene, dass man eben schaut, ist etwas schön oder nicht schön. Jetzt können natürlich alle sofort sagen, ja, wer definiert denn schön und ich kenne Kunstobjekte. Es gibt diesen einen italienischen Künstler, der hat seinen Kot in Dosen verpackt und teuer verkauft und ist das auch schön oder sowas und so ähnlich. Ja, ich finde das total schön. Nein, ich finde im Sinne von witzig und so weiter. Dann gibt es zig verschiedene Schönheitsbegriffe, die leider ein bisschen verloren gegangen sind aus der Alltagssprache. Die ist aber zum Beispiel bei Kant und Schiller noch gab, sowas wie zum Beispiel Erhabenheit. Also das Erhabene ist sowas wie ein Gewitter über Bergen, das es ja kein Kunstobjekt hat, aber auch was Schönes. Es ist nicht schön wie eine Blumenwiese voller Bienen, aber es ist irgendwie besonders. Oder das, wenn man sich am Meer steht und das Meer rauscht und es stürmt oder so, es hat ja auch was Besonderes. Ja, das wurde früher das Erhabene genannt. Genau, aber das sind so verschiedene ästhetische Begriffe, die es dann gibt. Aber letztlich könnte man eben sagen, es gibt dieses, es muss ästhetischen Kriterien irgendwie genügen und dass die natürlich zeitabhängig sind und so weiter und historisch gebunden und mentalitätsgeschichtlich gebunden ist völlig klar. Das andere Kriterium ist sozusagen der interpretative, das interpretative Kriterium nämlich hat das Ganze sozusagen eine höhere Bedeutung, die darüber hinaus geht. Ja, der Hund, der zum Beispiel in den Stempelkissen und dann hängt man das ins Museum, um zu zeigen, dass wir Tiere ausbeuten. Das könnte ja so eine tierische Ausbeutungsausstellung sein, ne? Ja, genau. Und wir haben natürlich, weil wir haben den die Pfote auch hochgehoben in den Stempelkissen und er dachte sich so, was soll das? Entschuldigen Sie, das ist meine interpretative, das ist jetzt keine, das ist nicht die beste interpretative Ausstellung, die man machen kann, aber ich versuche hier nur Beispiele für. Ja, ja. Ich würde vielleicht ein einfaches Beispiel nehmen. Ja, zum Beispiel, wenn man sagt, ein Gedicht von Goethe liest man halt und dann wird davon eben behauptet in der Schule und in den Bildungsplänen, dass da irgendwie eine tiefere Bedeutung über das Menschsein an sich drin steckt oder sowas, dass es sich lohnt, das Ganze zu interpretieren, weil dahinter etwas steckt, was uns vielleicht anderweitig nicht zugänglich wäre oder so, dass wir sozusagen im weitesten Sinne dieses interpretative Kriterium. Und davon gibt es eine Unterform, die aber sich fast schon zu einer dritten eigenen Kriterienform entwickelt hat, nämlich die institutionalisierte. Das ist nämlich dieses Eingeständnis, dass man sagt, ja, okay, wenn es in einem Museum steht, halten wir es erstmal für Kunst. Ja, also auch dieses klassische Beispiel, was weiß ich, dass, wie heißt der Künstler, das kenne ich nicht auch auf den Namen nicht, das ist so das klassische Beispiel, das immer genannt wird, die Ready-Made-Kunst, also da hat jemand ein Pissoir sozusagen auf den Boden gelegt, sodass das Wasser, wenn man spült, hochspritzen würde und hat es Fontaine genannt. Ich komme jetzt nicht auf diesen Namen, aber es ist so ein Klassiker. Sollte es jemanden interessieren, können wir das bei Instagram noch nachschließen. Ja, genau. Und das ist dann so, das kennen, glaube ich, fast alle Leute, die sich ein bisschen mal mit Kunst beschäftigt haben. Und dieses Institutionelle ist natürlich auch wieder so eine Art zu sagen, ja, okay, wenn die Fachleute entschieden haben, dass das irgendwie Kunst ist, ist es vielleicht Kunst. Weil Kunst sich eben schon so weit entwickelt hat in unserer Gesellschaft, dass es, man sagt, da muss man halt ganz viel theoretisches Vorwissen haben. Alle diese Begriffe sind problematisch, aber gleichzeitig schweben sie alle, also die sind alle allein problematisch, die werden alle sofort problematisch, sobald man sie als das Wesentliche gegenüber den anderen beiden positioniert. Aber ich glaube, alle drei schweben in unserer Gesellschaft so als Ideen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also sie wären dann aber auch nicht notwendig. Weil notwendig bedeutet, sie müssten zwangsläufig vorliegen. Sie müssen nicht zwangsläufig vorliegen, aber wenn sie alle vorliegen, dann würden wir schon von Kunst sprechen. Also wären sie gemeinsam hinreichend, aber nicht notwendig. Ja, das Interessante daran ist eben vielleicht, dass zum Beispiel diese Kriterien, diese drei Kriterien, ich glaube, ich stamm ja aus diesem Text von einem Anthropologen, auf den ich ja lustigerweise unsere damalige Gästin Anne Dippel hingewiesen hatte, nachdem wir noch ein bisschen frei geredet haben, weil sie eben gesagt hat, es gibt so einen schönen Text von diesem Anthropologen aus den 90ern, der heißt eben Art is a trap and traps is art. Also Kunst als Falle und Fallen als Kunst. Und da beschreibt er eben, dass ganz viele Kriterien, die in westlichen Ästhetiktheorien auf Kunst angewendet werden, könnte man eben auch auf Fallen interpretieren, weil Fallen zeigen ja zum Beispiel... Also Tierfallen. Tierfallen, ja. Die Leute, die eine Falle aufstellen, um zum Beispiel sich ein kleines Tier zu fangen und daraus dann vielleicht eben Nahrung oder Fälle oder so zu gewinnen. Wenn man auch sagen könnte, guck mal, wenn ich das jetzt mit der Art beschreibe, wie wichtige TheoretikerInnen der westlichen Kunst das machen, könnte ich sagen, ja, in dieser Falle zeigt sich das Verhältnis des Menschen zur Kunst. Es ist ein hochdurchdachtes Artefakt eines meisterhaften Menschen, der weiß, wie man Tiere fängt, wie sich Tiere verhalten, deren Verständnis von Natur hat oder sowas und von seiner eigenen Umgebung und so weiter. Also man kann da ganz viele Sachen hineintragen. Und ich glaube, das ist ein ganz toller Text, weil er genau das schön auflöst. Können wir euch auch mal verlinken. Ja, deswegen könnte man vielleicht im weitesten Sinne sagen, ein Artefakt oder so. Und Artefakt fast, glaube ich, finde ich eben auch sowas wie eine Performance, weil ich meine, eine Bühnen, also sich eine Theaterperformance erschafft ja auch etwas, ja. Also bestimmte Bewegungen im Raum, die ja... Also das weiß ja jeder, sobald jemand eine Performance macht, selbst wenn da keine Bühne ist, entsteht ja sofort so ein virtueller, also jetzt nicht im Sinne von digital-virtuell, aber ein virtueller Bühnenraum, den sich Menschen vorstellen und sagen, ich muss einen bestimmten Abstand einhalten, um zum Beispiel dieser Person den Raum zu geben und so weiter. Also man hat sofort diese dritte Wand, oder vierte Wand, Entschuldigung, diese vierte Wand, die dann so entsteht zwischen den Performenden und den Wahrnehmenden und so. Jetzt können wir vielleicht sowas sagen wie Artefakte, die, das mit den so Menschen, meist, Klammer auf, Menschen gemachte Artefakte, die... Das kommen wir doch gar nicht, haben ja auch die, künstliche Intelligenz, die macht ja auch Kunst und so. Ja, das ist natürlich eine verspannende Frage, ja. Also braucht man den Menschen ja gar nicht eigentlich, ne? Ja, aber der Mensch hat die künstliche Intelligenz gemacht. Ja, aber wenn sie es selbst weiterentwickelt hat, um Kunst zu schaffen? Ja, ja, gut, ich meine, jetzt ist das nicht, für mich ist das letztlich dasselbe, wenn ich eine Maschine herstelle, die einen Pinsel über ein Blatt Papier bewegt und dann stelle ich das aus, weil ich den institutionellen Rahmen habe. Das ist für mich genau das. Ja, aber es ist ja nicht das Gleiche, wie wenn du jetzt eine KI erschaffst und die, das ist eine selbstlernende KI, die dann selbstständig ein Kunstwerk macht, was du nicht einprogrammiert hast. Und du hast dir aber auch nicht einprogrammiert, dass sie, wie sie den Pinsel und so weiter, sondern das hat sie sich selbst beigebracht. Ist ja potenziell möglich. Okay. Sagen wir logisch möglich. Gut, dann sagen wir nur Artefakt. Artefakt. Also Moment, wir gehen wir jetzt von einem weiten, man könnte ja sagen, es gibt einen sehr weiten Kunstbegriff und einen eher eng, weil wenn wir so über Kunst reden, im Alltag meinen wir ja primär nicht sowas wie Literatur und Film und so, obwohl das ja auch Kunst ist, in einem sehr weiten Sinne. Bildende Kunst, ja. Wir meinen bildende Kunst jetzt in einem engen Begriff, aber natürlich ist Theater und alles ist natürlich auch Kunst. Aber wir reden jetzt von bildender Kunst. Ja, na gut. Nö, wir haben jetzt auch darauf hingewiesen, dass es den weiten und den engen Begriff gibt. Ja, ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es gerne auf bildende einengen würde. Das finde ich immer blöd, wenn das gemacht wird. Achso. Ja, und bei den Kriterien wollte ich noch sagen, da geht es ja dann primär aber auch um so höhere Kunst. Also wenn das Bild, was ich mir von meiner Nichte an den Kühlschrank hänge, das wäre ja auch Kunst, aber das würde ja diesen drei Dingern nicht wirklich entsprechen. Ja, diese drei Kriterien. Ja, ich habe das Gefühl. Weil es hat ja keine interpretativen, ich will ja mal der Nichte nicht zu nahe treten, aber ob das jetzt einen interpretativen Rahmen hat, weiß man nicht. Ist nicht institutionalisiert, außer man sagt, dass das an den Kühlschrank hängen ist auf eine gewisse Art und Weise institutionalisiert, weil man das ja macht. Eine ganz wichtige Kunstinstitution, die Kühlschrank türen. Gut, ästhetische Merkmale kann man sicherlich auch drüber streiten. Ich möchte mich nicht mal als die Person inszenieren, die gegen Kinder schießt. Deshalb sage ich, die Kinderbilder sind immer schön. Ja. Ja. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, da fängt die Schwierigkeit an. Wenn ich sagen würde, eine bestimmte Schnittmenge dieser Kriterien sollte schon dabei sein. Sonst wäre alles, sonst wäre ja auch ein Smartphone-Kunst. Aber was ist denn mit dem Kinderbild an dem Kühlschrank? Würde ich eher sagen, nee. Das ist keine Kunst? Nee. Okay. Also das kommt mir überhaupt nicht intuitiv plausibel beim Kunstverständnis. Also ich habe das Gefühl, dass dieser Kriterien, da geht es dann wirklich um so professionelle Kunst, die dann ausgestellt wird und so. Ja gut, aber dann würde ich vielleicht sowas sagen wie, sagen wir mal so, dann würde ich sagen, wenn du diesen so einen weiten Kunstbegriff aufmachen willst, dir zum Beispiel auf diese drei Sachen ein bisschen verzichtet oder die nicht notwendig sind, also wo die nur oder so indirekte Kriterien sind oder wie das heißt hinreichende, dann würde ich sagen, bei notwendig muss das sowas sein wie ein Artefakt, das die primäre Funktion hat, dass der Mensch, der es hergestellt hat, sich darin in irgendeiner Weise selber ausdrückt oder sowas. Das ist jetzt aber auch schon wieder sehr, sehr verengend. Also erstens steht schon wieder Mensch drinnen, das hat man ja nicht rausgekickt und gut ausdrückt, aber Moment, aber das Kind, das sehr kleine Kleinkind, was wirklich nur so den Stift so führt, um zu üben, wie man Stifte führt und dann hänge ich mir das an dem Bild, an dem Kühlschrank. Ja. Oder was ist zum Beispiel hier, ich habe ja neben mir, wir nehmen jetzt auf und ich habe hier meinen schönen Eiskaffee stehen, nicht auf dem Tisch, damit es nicht so laut ist, sondern auf meinem wunderbaren Malen nach Zahlenmalbuch, was ich immer zur Entspannung nutze, kann ich sehr empfehlen. An dieser Stelle ist das Kunst, wenn ich da Zahlen verbinde. Aber hast du gesehen, was da rausgekommen ist für wunderbare Werke? Habe ich mich nicht auch ausgedrückt? Ja, okay, ich meine, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl. Ich versuche nur mit Fällen die Definition zu schärfen. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das ist ein bisschen, das geht schon zu weit weg von dem, was wir als Kunst bezeichnen würden. Also sowohl das Malbuch als auch das Kind an den Kühlschrank. Nein, nein, ich meine, diese Sache, dass das Kind sich damit selber versucht auszudrücken, ist ja was anderes. Also wenn das Kind was malt irgendwie und so. Ab einem bestimmten Alter würde man sagen, es ist schon eine Art Selbstausdruck. Ja, ja, genau, genau. Klar, würden wir auf jeden Fall sagen. Ja, ja, genau. Und ich meine, klar, wenn ich sage, die KI drückt sich damit selber aus, auch toll, dann willkommen im Club sozusagen. Der Hund mit dem Stempelkissen. Auch der Hund sozusagen, ja klar. Aber ich meine, das ist dann halt ein sehr weiter Begriff. Aber ich glaube, dass man das als Ausdruck der Person liest oder des Wesens liest, was das hergestellt hat, ist, glaube ich, schon eine wesentliche Sache. Und wie ist es mit Auftragskunst? Also zum Beispiel so Leute, die so Bilder, berühmte Bilder abmalen, ist das dann keine Kunst? Weil das ist ja kein Ausdruck an sich. Das ist ja einfach ein Job, ne? Naja, weiß ich nicht. Ich meine, es ist in gewisser Weise ja auch, also das, ich glaube schon, dass man das natürlich so... Also ich meine wirklich dieses Eins-zu-eins abmalen, das gibt es ja. Also Kopien, die man sehr oft herstellt. Ich meine, dann guck doch mal diese ganzen alten, wichtigen Künstler in den Wissig wie Da Vinci, der dann die Sixtinische Kapelle malt. Das war auch eine Auftragsarbeit. Und wir sehen trotzdem mal genialische Züge von Da Vinci. Nee, nee, ich meine ja nicht, dass wir kein Geld dafür kriegen. Also ich, außerdem ist es überhaupt... Ich versuche ja nur, diese Definition von dir zu challengen. Ja, ja, ja. Ich meine wirklich, es gibt ja so Leute, die malen die Mona Lisa genauso wie von Da Vinci, malen die das ab. Und dann verkaufen die das weiter für weniger Geld natürlich. Das meine ich jetzt. Also die malen exakt die Mona Lisa nach. Ja, das ist so eine schwierige Sache, weil es gibt ja zum Beispiel eine alte Debatte, die auch in Deutschland gerade interessant ist, weil da ja sozusagen, es gibt ja Kunsthandwerk versus Kunst und das hat sich ja in Deutschland irgendwann gelöst, lustigerweise nach der Aufklärung und dieser ganzen Phase, wo man so mit Goethe und allen anderen den Geniekult so entfaltet hat und dann hat man gesagt, es gibt so dieses genialische, was dahinter steht, dass so eine besondere Ästhetik erschafft, das ist die Kunst. Und wenn jemand irgendwie wunderbar filigrane Porzellantassen herstellt und die irgendwie mit Goldrand bemalt und kleine Blümchen draufmalt, das ist halt nur Kunsthandwerk, da wird niemand in der Porzellantasse was Tiefes sehen. Aber ich glaube schon, dass die Person, die das macht, also wenn das jemand ist, der das gerne und gut macht, kann sie sich ja auch damit ausdrücken, so wie vielleicht jemand, der, was weiß ich, zum Spaß schnitzt seit 40 Jahren, schnitzt bestimmt auch toll sozusagen. Ja, sicher. Also ich muss jetzt über das auch nicht absprechen, dass das keine Kunst ist. Ja, aber ich wollte Ihnen sagen, in der Alltagswahrnehmung ist es trotzdem da, irgendwie scheint da so ein Unterschied zu sein mit Kunsthandwerk und Kunst, die ich gerne irgendwie in dieser Definition drin hätte, die aber schwierig natürlich mit so Grenzfällen schwierig zu greifen ist. Ich habe auch das Gefühl, das Einzige ist, wir haben das Artefakt bisher. Ja, hat sich nicht als allgemeingültig erwiesen, weil Hersteller, es gibt irgendeine Art von HerstellerIn, ob das jetzt menschlich oder tierisch oder künstlich ist, aber HerstellerIn. Guck mal, wir reden jetzt schon 20 Minuten darüber und ich meine, ich glaube auch, dass unser Podcast der Ort ist, wo es kunstendgültig definiert ist, vielleicht sollten wir irgendwie zum Ende kommen. Na gut, also wir haben ein Artefakt von einer HerstellerIn, das ist unsere Definition von Kunst. Naja, dass bestimmten Kriterien genügen muss. Aber nicht unbedingt, nur wenn es diese Kriterien vorliegen, sprechen wir auf jeden Fall von Kunst, was nicht im Umkehrschluss heißt, dass die Kriterien vorliegen, damit wir von Kunst sprechen. Das ist ja genau der Unterschied zwischen den Lohnen. Also vielleicht gar nicht eine Sache noch aus meiner Forschung sagen, die vielleicht ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, wenn jetzt uns Leute zuhören, ist das ultra unbefriedigend, wenn man das nur dabei belässt. Das würde nie bei jedem Begriff so sein, da müssen wir uns jetzt schon drauf einstellen. Ja, ja, aber dann versuche ich jetzt trotzdem was. Und zwar, ich habe mir mal angeschaut, wie in verschiedenen Kunstkatalogen über Kunst gesprochen wird und vor allem in Kunstkatalogen, die auch an Leute gerichtet sind, die zum Beispiel nicht typischerweise Kunst sich anschauen. Es gibt halt eine andere Linguistin, Rachel Zieten, die hat sich mal damit beschäftigt, was Kunstkataloge machen und sie hat mal geschrieben, dass es auch eine der wichtigsten Funktionen von Gegenwartskunstkatalogen ist, den Leuten das, was sie sehen, als Kunst überhaupt erst plausibel zu machen. Also, dass sie sozusagen akzeptieren, dass zum Beispiel in der Performance Kunst ist und eben nicht nur Gemälde und Skulpturen ist, als sehr banales Beispiel. Und ich habe mir sozusagen genau solche Texte angeschaut und habe versucht, alle Muster herauszuholen, die benutzt werden oder Argumentationsmuster, die benutzt werden, um Leute zu überzeugen, dass es etwas Kunst ist. Und alle diese Muster, das sind viele, ich weiß nicht mal mehr wie viele, habe ich versucht zu klastern, also zu kategorisieren in verschiedene Teile. Und ein Teil davon ist, das sind letztlich vier Leitmuster. Eins davon ist die materiell-handwerkliche Ebene. Das ist sozusagen so eine Ebene, wo man eben mit sowas argumentiert, wie diese Person malt schon seit 40 Jahren oder lehrt vielleicht auch Malerei oder was weiß ich, beschäftigt sich mit dieser Kunstform seit zig Jahren oder so, setzt sich damit auseinander, arbeitet sich daran irgendwie ab oder entwickelt es irgendwie weiter. Das ist sozusagen so eines dieser Muster. Das alleine reicht natürlich nicht. Dann kommt noch ein zweites hinzu, nämlich die ästhetisch-psychologische Ebene, wo oft über sowas wie die Wirkung beschrieben wird. Sowas wie, ja, viele Leute sind immer erschüttert oder was weiß ich, oder sind danach, wenn sie das Theaterstück gesehen haben, sind sie vielleicht irgendwie sehr betroffen oder denken anders über Dinge nach oder irgendwie sowas. Das ist auch wichtig. Das ist auch interessant, weil ich immer wieder, wenn ich, also das ist eine kleine Fußnote, wenn ich zum Beispiel, ich schaue mir gerne Videos darüber an, wo Leute darüber diskutieren, welche Videospiele vielleicht nah an dem sind, was man als Kunst begreift, was natürlich spannend ist, weil die Leute auch darüber reden, was Kunst ist implizit, wenn sie sagen, dieses Videospiel könnte man als Kunst verstehen, denn. Und da wird ganz oft sozusagen versucht immer, der Switch zu machen vom Handwerklichen weg. Sowas wie die Grafik sieht top aus, ja, deswegen hier 90% Grafik, Sound 95%, also Kaufempfehlung. Die versuchen dann weg von dem zu sowas wie einer Wirkung zu gehen, so, hey, dieses Indie-Spiel sieht nicht toll aus, aber ich denke immer, sechs Jahre später immer noch daran zurück, oder so, weil es mich beschäftigt, weil ich es weitererzähle, oder sowas, ja. Dann gibt es halt die dritte Ebene, die hat was mit dieser institutionellen Seite zu tun, nämlich die Kunsthistorische, dass man versucht, das Ganze entweder in der Kunst oder in der Geschichte einzubetten, dass man zum Beispiel sagt, diese Kunst ist Ausdruck eines bestimmten politischen Systems, ja, diese Kunst ist interessant, weil sie in China entstanden ist, wo gerade Zensur herrscht und diese Art von Kunst eigentlich nicht entstehen könnte, aber sie hat es doch irgendwie geschafft, ja, also so die Einbettung in der, in ihrer Zeit, in der Kunst, oder in, wüsste ich, warum diese Art Porträtmalerei interessant ist, weil sie sich von der Porträtmalerei der letzten 800 Jahre abhebt, oder sowas, oder das irgendwie hinterfragt. Und das letzte Kriterium ist sowas wie, das geht dann um die KünstlerInnen, um die ErschafferInnen selbst, das ist nämlich sowas wie die Werk-biografische Ebene, und das Werk ist in Klammern sozusagen, weil es könnte auch nur die biografische Ebene sein, wo man sowas sagt wie, also ich habe immer einen Katalogtext als Beispiel, wo dann über die eine Künstlerin steht, sie wurde in der Hauptstadt von Guatemala inmitten des Bürgerkriegs geboren. Ich meine, viele Leute wurden inmitten des Bürgerkriegs in Guatemala geboren, aber dass man das über sie sagt, in einem kurzen Text über ihre Kunst, impliziert natürlich, dass wir irgendwie auch eine bestimmte Art von Auswirkung dieser Geburtszeit oder dieses Geburtsmoments auf ihre Kunst legen sollen, mit unserer Interpretation und Ähnliches mehr. Also auch aus der Bibliothek, ganz kurz, also materiell-handwerklich, sozusagen diese Kunst kommt von Können-Ebene, dieses ästhetisch-psychologisch natürlich dieses, wie wirkt es auf Leute, wie wirkt es vielleicht zum Beispiel auch auf andere berühmte KünstlerInnen, wird ganz oft als Argument gebracht, also X war begeistert, dass er die Arbeiten von Y gesehen hat, und bei X und Y setzt man einen bekannten und einen weniger bekannten Kunsterschaffenden ein. Und dann das dritte ist diese kunsthistorische Ebene und das vierte diese biografische Ebene. Und meine Analyse hat dann gezeigt, dass in den allermeisten Katalogtexten alle vier Ebenen vorkommen, aber mindestens drei. Deswegen würde ich behaupten, dass so etwas wie eine Definition von Kunst immer so eine Art, so eine Cluster-Struktur hat oder so eine Mindmap-Struktur, wo man sagt, ich erwarte implizit oder explizit, ja, 18 oder 20 Überzeugungsmittel, die sich irgendwie aus diesen vier Bereichen bewegen müssen. Und wenn dann genug da sind, dann steht so eine Sättigung, dass ich sage, jetzt kann ich das als Kunst akzeptieren. Aber wir reden immer nur von professioneller Kunst. Wir reden immer noch nicht von dem Bild am Kühlschrank. Ja, aber jetzt kann ich ja mit diesen vier Studien da drangehen. Die materialhandwerkliche Ebene ist, Lisa malt seit drei Monaten, also ist sie wahrscheinlich noch keine Meisterin in der Kunst. Welche ästhetisch-psychologische Wirkung hat das? Naja, aber die meisten, die denken dann vielleicht, ach, wo süß, ihre ersten Malversuche. Eine kunsthistorische Einbettung gibt es überhaupt nicht. Auch eine werkbiografische Einbettung würden wir da wahrscheinlich nicht reininterpretieren. Das ist ein Kriterium zu wenig, um es als Kunst zu betrachten. Das ist jetzt ganz mathematisch. Ja, aber trotzdem würden viele im Alltag sagen, das ist Kunst, würde ich denken. Ja, im metaphorischen Sinne. Okay, wir drehen uns hier ja auch ein bisschen im Kreis. Ja, okay, ich wusste nicht, dass wir in dieser Folge eine halbe Stunde über Kunst reden. Aber das liegt ja daran, dass du dich professionell damit auseinandersetzt. Ich würde trotzdem gerne gucken, was steht jetzt im Duden unter Kunst? Das ist ja jetzt unser Ziel, ne? Mal kurz auf Pause. Okay, Rebecca ist jetzt bereit mit der Dudendefinition. Ich will nur ganz kurz, weil das vielleicht auch für Leute interessant ist, wie entsteht eigentlich so ein Duden- oder ein Wörterbuch. Weil es natürlich, früher war das tatsächlich so, dass sich, ja, wie soll ich sagen, kluge Leute hingesetzt haben und so ein Ding hingeschrieben haben. Ja, das ist eines der ersten wichtigeren deutschen Wörterbücheres von Johann Christoph Adelung, der tatsächlich einfach über Jahre hinweg irgendwann, ich glaube, 300.000 Wörter beschrieben hat. Einfach, weil er sich hingesetzt hat und so die gesammelt hat aus anderen Texten. Ich dachte, ja, das müsste ich jetzt auch mal definieren. Das heißt, wenn man jetzt aktuell ein Wörterbuch wie den Duden erstellt, dann passiert das einfach dadurch, dass man zum Beispiel digitale Textsammlungen aus Zeitungen, also gerade aus diesen wichtigeren Zeitungen, scannt und einfach schaut, was passiert eigentlich in der Umgebung dieser Wörter. Gleichzeitig schaut man sich natürlich alte Definitionen an, schaut sich an, ob die sich inzwischen vielleicht überholt haben oder neue Bedeutungen hinzugekommen sind. Und natürlich zählt man auch verschiedene Bedeutungen auf, weil Begriffe ja ausdifferenziert sind, ja, weil man sagen kann, in dem Kontext ist es so, in dem Kontext ist es so. Und deswegen, nur falls ihr euch mal gefragt habt, woher weiß der Duden eigentlich, wie ein Wort benutzt wird, naja, oder was ein Wort heißt, wofür es steht. Die gucken halt einfach, wie das Wort benutzt wird in den meisten Zeitungen sozusagen. Und dann sieht man, ah, im Umfeld von Kunst steht häufig das und das. Und daraus wird dann sozusagen im Umkehrschluss vielleicht gezogen, dass Kunst das und das sein könnte. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was der Duden zur Kunst sagt. Also mehrere Bedeutungen, aber die wichtigste für hier ist schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der Sprache, der Töne in Auseinandersetzung mit Natur und Welt. Witzig, dass da Natur und Welt so ein Wort hat. Merkwürdig, dass hier vor allen Dingen Natur und Welt, wieso ist das so komisch getrennt worden? Na gut, Welt ist ja meistens, das ist ja auch interessant, eine der wichtigsten Bedeutungen von Welt ist die Summe aller Menschen und Gesellschaften. Also sowas wie die Welt hält den Atem an, weil ein Krieg begonnen hat, heißt ja nicht der Planet Erde oder alle Rehe halten den Atem an, sondern man meint typischerweise die Menschen und die Nationen oder sowas. Vielleicht ist das so eine Natur-Kultur-Unterscheidung damit gemeint oder so. Ich meine, sie haben ja noch dann Performance theoretisch mit diesen Mitteln der Sprache und der Töne, allerdings gibt es das natürlich auch mit Tanz und so, deshalb ist es da ja an sich nicht mit drin. Naja, die können es auch nicht besser als wir, habe ich das Gefühl. Ich mache mal den nächsten Begriff. Ja, endlich. Vielleicht hoffentlich mal einen Begriff, den wir beide nicht so gut auf dem Schirm haben. Ja, wo du mehr reden kannst. Naja. Das wird jetzt halt sehr weit ausgeholt. Das tut mir leid. Ja gut, das liegt ja auch daran, dass du dich sehr gut damit auskennst. Könnt ihr bitte, damit ich mich besser fühle, schreiben, ob das ein bisschen interessant war später bei Instagram? Ja, dann freut Paul. Ich finde das immer interessant. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal von dir gehört, das war jetzt nicht überraschend für mich, aber ich freue mich dann ja auch immer, da gegenzuhalten. Das klingt aus, als ob ich nie einmal die Woche mit dir erzählen würde, ey, ich habe eine Sache, kunstig. Nein, aber diese ganzen, diese Rahmen und so, das hast du mir, du hast ja schon mehrere Vorträge darüber gehalten, die ich auch schon gehört habe. So, jetzt kommt ein Wort, das wird jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich, und zwar obskur. Ah, obskur. Obskur. Guter Begriff, benutze ich überhaupt nicht, ehrlicherweise. Also ich habe es jetzt in meinem Leben noch nie gesagt, vielleicht war jetzt das das erste Mal, dass ich diesen Begriff gesagt habe, schon bekannt, ist aber eher ein bisschen älter, ne? Ja, ja. Sagen Leute noch obskur? Klar. Ich glaube nur so in ganz bestimmten Kontexten. Die müssen wir uns jetzt angucken. Ich muss mir auch mal selbst überlegen, was mein Sprachgefühl für obskur ist. Also es steht natürlich in Verwandtschaft mit allem, was merkwürdig ist, würde ich sagen, obskur. Echt? Merkwürdig. Hast du nicht das Gefühl, also für mich ist obskur so ein Synonym für merkwürdig. Okay. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das trifft, würde ich intuitiv, schneidet das nur ein Drittel der Bedeutung an. Okay. Ein bestimmtes, also in Bezug auf Kunst oder so, würde ich das vielleicht sagen, oder auch so was wie David Lynch Filme oder so. Ja, ich habe das Gefühl, weil man sagt ja oft sowas wie, dass Leute haben obskures Hobby oder so. Das wäre für mich so eine Verwendung für obskur. Und das ist dann so ein bisschen nischig. Also dass Leute das selten vorkommt, würde ich sagen, wäre vielleicht irgendwie ein Kriterium für obskurnis. Obskur, obskur, was ist denn das Nomen davon? Weiß ich nicht. Obskurität? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Du musst überhaupt gleich vorbereiten. Obskurheit vielleicht. Obskurheit. Also dass es irgendwie selten ist und ein bisschen so ungewöhnlich. Vielleicht ist es ungewöhnlich besser als merkwöhnlich. Okay. Also ich weiß nicht, es kommt ja aus dem Lateinischen. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, leider. Aber ich meine es... Wenn wir ja nachgucken. Ja, ja. Aber es hat ja auf jeden Fall diese Bedeutungsdimension, finde ich, von einer Undurchsichtigkeit oder ein Unklarheitsgebühr, diese Kamera Obscura. Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgebracht. Ja, ja, also quasi es hat, glaube ich, was mit Schattenwurf zu tun. Es ist etwas, auf dem ein Schatten liegt, deswegen sehe ich es nicht klar und deswegen ist es so ein bisschen undurchdringlich. Es ist so ein bisschen nebulös, ja, so wie undurchsichtiges Wasser vielleicht auch. Aber in welchen Kontexten würdest du denn obskur benutzen? Ich habe ja obskures Hobby. Ich bin halt ein bisschen vielleicht zu sehr davon geprägt, dass es auch in der Linguistik gibt es ja dieses Kooperationsprinzip von Grice und eines davon, eine der Maximen, die dort also dieses Kooperationsprinzip besagt, ja, es geht ja um die Idee, welche Grundvoraussetzungen haben wir Menschen beim Kommunizieren und eine dieser Grundvoraussetzungen, die wir anderen Leuten unterstellen und damit uns auch selber auferlegen, ist, dass wir kooperativ sind. Ja. Und das ist banal gesagt einfach nur, wenn ich jemanden frage, wo der Bahnhof ist und die Person sagt, da vorne und dann links, dann gehe ich nicht davon aus, dass die Person lügt, sondern ich gehe davon aus, dass sie kooperativ ist und nach bestem Wissen und Gewissen mir den Weg beschrieben hat. Und Grice sagt, wir folgen in gewisser Weise bestimmten Regeln, die er dann halt Maximen nennt in Anlehnung an so philosophische Sachen, wie er eben auch kannt. Dooferweise, finde ich, ist aber eine andere Diskussion. Und es gibt die sogenannte Maxime der Modalität, wo er sagt, sei klar, vermeide zum Beispiel obskure Ausdrucksweise. Das heißt... Moment, heißt das nicht opark? Verwechselst du opark und obskure? Nein, auf keinen Fall. Aber opark. Ich weiß es sehr genau, weil ich das vor drei Wochen unterrichtet habe. Sorry. Nee, ich dachte nur gerade, weil das, was du gerade definierst, würde ich als opark verstehen. Okay, ja, ja. Ich glaube, das ist auch sehr verwandt tatsächlich. Damit opark kommt ja aus dem... Nee, wir reden nicht über opark. Okay. Aber in welchen Kontexten... Genau, du würdest es dann... Ja, und dann würde ich zum Beispiel, wenn jemanden frage, eben, wo geht es zum Waren von und die Person sagt, sie müssen linksseitig durch die Schneise der Stadt sich hindurch begeben oder so. Am dritten Fensterladen einmal nach rechts wenden. Ja, das ist ja... Aber es muss noch so ein bisschen... Merkwürdig. Ich sag doch, merkwürdig. Ja, okay, genau, aber es geht ja immer darum, es gibt, dass man, indem man etwas als obskur bezeichnet, sagt man, es gibt etwas eigentlich Klareres vielleicht dahinter, was aber nicht greifbar ist, was ein bisschen vernebelt, verdüstert, irgendwie sowas ist. Undurchsichtig nebulös hast du ja das Kriterium. Ja, genau, genau, genau. Aber könntest du einen Beispielsatz mit obskur bilden? Ja, sowas wie vermeide obskure Ausdrucksweisen. Ja, ich weiß, aber das ist ja jetzt von Christ geklaut. Wie du das jetzt in deinem... Weil ich habe ja gesagt, das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre, diese Person hat ein obskures Hobby. Ich würde wahrscheinlich nicht obskur sagen, aber das scheint mir so eine Verwendung zu sein. Oder vielleicht habe ich gerade ein total falsches Bild von obskur. Ja, ein Hobby, das nicht jeder sofort auf den ersten Blick als Hobby nachvollziehen kann. Also sowas wie... Kronkorken. Nee, Kronkorken ist noch zu... Nee, das kennt man noch eher. Es wäre eher sowas wie, die Insekten in meinem Garten statistisch aufschreiben oder so. Ja, okay. Sowas, wo man so denken würde, okay, habe ich noch nie gehört. Ja, 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 ja. Es ist ein bisschen merkwürdig und sehr selten, aber es ist ja nicht nebulös. Also würde das dann aber für dich nicht passen als obskur. Ja, okay, nebulös, vielleicht... Undurchsichtig. Ja, aber undurchsichtig finde ich schon. Findest du das undurchsichtig, wenn man... Ach so. Ja, aber dann nicht auf den ersten Blick in seiner Funktion durchdringbar. Vielleicht sagt man auch nicht obskures Hobby und ich habe da ein voll falsches... Aber du würdest das in deinem Alltag nicht benutzen, obskur. Nee, eher nicht. Und du könntest auch keinen Beispielsatz jetzt, wo du das verwenden würdest, theoretisch, wenn du wollen würdest, ohne jetzt mit Christ anzukommen. Ja, 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 ich weiß. Nö, ich benutze es tatsächlich zu selten, ja. Ja, wir sind so ein bisschen... Da haben wir einfach beide keinen richtigen Plan, ne? Ja, ja, ja. Also für mich ist es... Ich glaube, für mich sind Seltenheit und merkwürdig Ungewöhnlichkeit... Obskur ist ja auch wertend, oder? Das ist kein deskriptiver Begriff. Das ist schon normativ, oder nicht? Obskur ist ein bisschen... Ist schon wertend, ne? Ach, ich finde niemals bei Begriffen und bei Adjektiven zu sagen, ob sie wertend sind oder nicht, finde ich total kontextunfähig. Okay, aber es macht den Unterschied, ob ich jetzt sage, du hast ein obskures Hobby, du hast ein ungewöhnliches Hobby, das wäre für mich schon ein Unterschied, ungewöhnlich und obskur. Obskur hat für mich direkt so ein bisschen negative Wertung, aber nicht richtig negativ, sondern auch so ein bisschen... Das ist halt so ein... Eine Person, die ein obskures Hobby hat, ist ja auch so ein bisschen so eine merkwürdige Person. Aber nicht im negativen Sinne, dass man das ablehnen würde, sondern so ein... Merkwürdig ist halt auch nah dran an bemerkenswert, ja. Also das ist sehr interessant. Also das meine ich, man kann es ja auch positiv lesen und sagen. Das ist aber merkwürdig. Aber das heißt, man drückt ja auch Faszination dafür aus, das Bedürfnis, es zu verstehen. Und ich glaube, diese Dimension hat Obskur halt auch. Ja, aber eine faszinierende Ablehnung wäre es schon. Ich glaube, Ablehnung nicht so stark, oder? Ich meine, ich glaube schon, dass jemand, wenn man... Wenn ich es jemandem sagen würde, der hat eine Obskure... Ich könnte glaube schon, dass jemand auch über sich selber sagen könnte, ich habe ein obskures Hobby. Oder obskure Vorliebe, würde man auch sagen. Ich habe eine obskure Vorliebe für... Stimmt. ...für Ananas auf der Pizza oder so. Ja. Das ist nicht ganz obskur, weil es noch gewöhnlich zu gewöhnlich ist. Aber so verbrannte Banane auf der Pizza könnte eine obskure Vorliebe sein. Ja, ja. Ich weiß nicht, wieso mir dieses Beispiel plötzlich kommt. Ja, ja, ja. Paul mag das gerne. Toll. Das kann ich jetzt übernicht sagen. Meine Details. Ich habe jetzt eine obskure Vorliebe. Ja, das ist nicht verbrannte Banane. Macht mal Bananenscheiben auf eine Pizza und legt da drumherum vielleicht noch einen Zwiebelring. Oder Zwiebel, ja. Also einfach eine Zwiebel oder so. Das ist richtig geil. Das ist ein kleiner Tipp für mich. Das ist nicht obskur. Aber würdest du selber sagen, dass es eine obskure Vorliebe ist? Ja. Okay. Gut, das ist jetzt definiert. Bananen auf der Pizza. Also für mich ist... Okay, obskur heißt für mich selten... Also Bedingungen sind selten, ungewöhnlich und ablehnende Faszination. Das ist für mich... Ablehnen finde ich immer zu stark. Aber in so einem nicht krass ablehnen. Das habe ich ja auch faszinierend dazu gemacht. Eine obskure Sache, die würde ich nicht für mich selber annehmen. Wenn ich auch Bananen auf der Pizza... Obwohl, dann bin ich schlecht. Du bist ja auch eine besondere Person, die die obskure Dinge sammelt. Ja. Das hat ja auch den Faszinationscharakter. Das könntest du auch selber sagen. Über mich selber. Das muss man vielleicht ablehnen. Ich glaube schon, dass man das über sich selber sagen kann. Ja, man kann das über sich selber sagen. Aber dann ist man sich dessen bewusst, dass das ein bisschen merkwürdig ist. Ja, ja. Weiß man, dass die Mehrheit der Gesellschaft das ablehnen würde. Nicht im Sinne von, dass sie es verbieten würden, wenn sie jetzt Königin von Deutschland... Lass uns mal zum Ende kommen. Wir haben hier 13 Begriffe und wir haben es jetzt 2. Okay, dann gucken wir jetzt mal im Duden nach. Also erstmal ist es bildungssprachlich. Würde ich auch denken. Ein bisschen veraltet auch, würde ich noch sagen. Bedeutung nicht näher bekannt und daher fragwürdig, anrüchig und zweifelhaft. Oh, krass. Ist es also doch ablehnend. Aber es ist viel ablehnender, als ich gedacht habe. Ja, krass. Eine obskure Gestalt. Stimmt, das sagt man schon. Eine obskure Gestalt. Ein obskures Lokal. Diese Geschichte ist ziemlich obskur. Das sind drei Sachen, die... Also okay, obskure Gestalt kann ich mir vorstellen, aber obskures Lokal könnte ich mir nie vorstellen. Doch, doch, das kann ich mir schon vorstellen. So eine... So man das Gefühl hat, boah, in diese Kneipe würde ich nie reingehen oder so. Ja, da leuchtet es mir gleich voll ein, wenn ich die Beispiele höre. Weil da so richtig krass geraucht wird und man sieht vielleicht auch gar nicht so... Okay, also es ist viel negativer, als wir gedacht haben. Ja, finde ich auch. Aber unsere Kriterien sind da überhaupt nicht drin in dieser Begriffe. Haben wir ein falsches Verständnis von obskur? Offensichtlich. Bitte schreibt uns, liebe Leute. Habt ihr obskur so wahrgenommen wie ich, wie Paul oder wie der Duden? Genau. Dann zieht du mal den nächsten Punkt. Wir sollten den Duden schreiben, dass es nicht mehr so negativ ist. So, ich habe jetzt einen neuen Begriff und das ist weird. Weird? Weird, ja. Okay. Ja, also erstmal englisches Wort. Finde ich auch gut, dass es in Nähe jetzt zu obskur ist, ne? Ja. Weird ist halt erstmal auf Englisch seltsam. Ja. Weird seltsam. Ja, ich würde aber nie... Und ein bisschen, aber ein bisschen... Ich habe das Gefühl... So, also die ursprüngliche Bedeutung im Englischen hat ja nichts zu... Es ist nur die Grundlage für das, wie es im Deutschen verwendet wird, würde ich sagen. Und diese Grundlage geht natürlich weit über seltsam hinaus. Voll, ja. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich nur so eine Alltagsintuition jetzt, dass das Wort... In meinen Kontexten benutzen das viele Leute. Ich benutze es auch selber tatsächlich. Ja, total oft, ja. Und ich benutze es typischerweise, um Situationen zu beschreiben, in denen andere Menschen sich weird verhalten haben. Ja. Und mit weird meine ich ein bisschen unerwartet befremdlich. Ja. Unerwartet befremdlich. Manchmal aber benutze ich es auch, um meine eigenen Gefühle zu beschreiben und sage, ich habe mich... Das hat bei mir richtig weirde Gefühle ausgelöst, als die Person sich so und so verhalten hat. Also es hat immer was mit der Interaktion mit anderen Menschen zu tun, würde ich intuitiv sagen. Ja. Und damit, dass dort irgendwelche typischen erwarteten Verhaltensmuster gebrochen worden sind, auf eine Weise, die vielleicht nicht bedrohlich war, aber trotzdem irgendwie, ja, mich befremdet hat. Ich glaube, so würde ich es beschreiben. Das ist mein intuitives Verständnis von weird. Also unerwartet befremdlich. Final answer, ja. Unerwartet befremdlich. Hat viel mit Gefühlen zu tun. Immer in Situationen mit anderen Menschen und die Erwartungen werden gebrochen. Ja. Deine Erwartungen. Das passt ja auch zu unerwartet befremdlich. Genau. Genau. Ich wollte... Am Anfang hast du gesagt, das ist die Übersetzung von seltsam. Da dachte ich auch, ich benutze seltsam und weird auf jeden Fall komplett unterschiedlich in meinem Sprachen. Also weird erstens viel häufiger und interessanterweise habe ich das Gefühl, du hast ja gerade gesagt, du benutzt weird primär, um über Treffen mit... Situationen. Situationen oder Beobachtungen mit anderen Menschen. zu reden und die zu charakterisieren, dass das weird für dich war. Also du hast es also weird empfunden. Und ich habe das Gefühl, ich bin nur zu weird primär in Bezug auf mich selber. Also ich habe das Gefühl, das ist ganz oft so... Ja, das ist doch gut, wenn wir zusammen viele Situationen verhängen. Das ist so eine ganz... Also für mich... Hey, du warst richtig weird. Ja, ich weiß. Ja, für mich ist das ganz klar so eine Selbstbeschreibung. Ja, ja. Und aber auch so ein bisschen... Und ich habe das Gefühl, das hängt halt mit diesem socially weird. Das sagt man ja oft, dass man selbst so socially weird ist im Sinne von... Aber sagt man nicht socially awkward? Ach stimmt, man ist auch socially awkward. Du hast recht. Ja. Das ist meine ganze... Du hast recht. Awkward weird. Trotzdem benutze ich weird primär, um über mich selber zu reden. Und ich glaube... Ich meine es vor allen Dingen wegen diesem socially awkward. Okay. Du hast total recht, das ist awkward und nicht weird. Was ja auch nah beieinander liegt. Müsste man auch gucken. Awkward haben wir auch dabei, glaube ich. Müsste mal gucken, ob das eigentlich austauschbar wäre. Awkward weird. Jetzt muss ich gerade überlegen, weil ich war mir gerade voll sicher, als ich angefangen habe zu reden, dass ich weird primär benutze, um mich selber zu charakterisieren. Und auch ein bisschen, um mich... Dass es so eine Selbstcharakterisierung ist, die irgendwie in den letzten Jahren auch so on vogue geworden ist. Dass man sich selber so als socially awkward bezeichnet und als weird. Und sich damit aber... Da man irgendwie festgestellt hat, so auf Social Media und so, vielen Leuten geht es so, dass sie nach irgendwelchen... Gerade wenn man irgendwie introvertiert ist, so wirklich ein bisschen merkwürdig sozial. Was ich auf jeden Fall bin. Dass man aber irgendwie jetzt so festgestellt hat, ah, es geht vielen Leuten so. Und dann benutzt man das so als Selbstzuschreibung, die früher negativ war und jetzt positiv geframed ist, weil man das über sich selber lustig macht. Das merke ich an mir selber total. Ja, ja, ja. Aber du hast recht, vielleicht ist das mehr awkward als weird. Aber ich glaube, ich benutze es trotzdem, um mich selber zu bezeichnen. Also, dass ich mich selber so verhalten habe, dass ich das Gefühl habe, andere Leute nehmen das jetzt als merkwürdig wahr. Das ist ja genau das Gleiche, was du auch sagst. Nur, dass ich das Gefühl habe, ich bin weird und andere Leute denken sich, Alter, was ist denn mit der los? Ja, ja, ja. Also haben wir wahrscheinlich sogar ein ähnliches Bild. Ja. Unerwartet befremdlich. Kann ich vielleicht noch ergänzen, dass es eine typische Bewegung in Sprachgeschichte ist, dass Begriffe, die für Randseitiges, Abseitiges stehen, von einer, in einer bestimmten etablierteren Generation, sag ich mal der älteren Generation, werden typischerweise von der jüngeren Generation sozusagen angenommen und ins Positive verkehrt. Dass man ganz banal gesagt, also ein Beispiel, was zum Beispiel zu meiner Zeit, als ich so in der Schule und Oberstufe war, was total umgedeutet wurde, war pervers. Also sowas wie, dass Leute das Wort genommen haben und dann gesagt haben, so Alter, das ist dein Auto richtig pervers aufgemacht. Ja, oder die Pizza hat so richtig pervers geschmeckt. Ja, genau. Und dann weiß man, sie war irgendwie fettig, aber irgendwie auch geil. Richtig geil. Und geil ist selber auch so ein Beispiel, was ja früher... Aber interessanterweise würde ich sagen, jetzt ist pervers wieder zu dieser ursprünglichen Bedeutung, die negativ ist, oder? Niemand würde doch sagen, die Pizza schmeckt pervers. Ja, das ist auch interessant, weil Begriffe sind halt oft, das ist so interessant, also auch ein normales Merkmal von Sprache ist, dass sie in so Unterteilsysteme aufgeschlüsselt ist. Und wenn etwas zum Beispiel im Bereich der Begriffe problematisch ist, aber ich nutze ihn jetzt trotzdem mal aus populärwissenschaftlichen Gründen, Jugendsprache, wenn etwas in der Sprache der Jugend sich bewegt, kann es halt sein, dass es von anderen Ebenen aufgegriffen wird. Ja, dass zum Beispiel so ein Wort wie geil dann eben auch letztlich in den Alltag eingeht, weil zum Beispiel, was sich dann Saturn-Werbung macht mit Geiz ist geil, oder sich die Bild-Zeitung popularisiert das dann auch, indem sie es benutzt oder sowas. Und ich glaube, dass es bei pervers halt nicht passiert. Das hätte passieren können, ist aber nicht passiert, ja. Also ich nehme es mal an, Leute, hören ja auch so ein paar Leute, die viel jünger sind, als die auch die in der Schule sind, benutzt ihr, ich weiß nicht, es ist vielleicht merkwürdig, das jetzt zu fragen, aber habt ihr das Gefühl, das ist unabhängig von diesem sexuellen Kontext, irgendwie anders noch in der Jugendsprache oder in eurer Sprache, die ihr einfach benutzt, egal wie alt ihr seid, noch drinnen, unabhängig von dieses sexuellen, ich glaube nämlich nicht. Noch zu weird, genau. Und wenn wir zu weird zurückkommen, ist ja das Spannende. Ich habe auch das Gefühl, dass das ja natürlich auch erstmal ein Wort ist, was man typischerweise sich so vorstellt, dass so ein strenges Elternhaus sagt der Tochter, die sich irgendwie nicht, wie man es von einer jungen Dame erwartet, anzieht, sagt, deine Kleidung ist weird, zieh dich bitte normal an, ja. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Ja, klar, aber ich meine so in so, was weiß ich, in so 80er Jahre Filmen. In den 80ern hat man schon weird gesagt? Ja, aber natürlich als Abwärmung. Ich wusste gar nicht, dass das so eine alte Bedeutung hat. Ja, ja, klar. Und damit spielt ja zum Beispiel dieser Musiker Weird L. Jankovic, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Oh Gott, ja. Der parodiert ja andere Sachen, der wurde ja auch immer wieder als weird bezeichnet und hat das dann eben als Selbstbezeichnung angenommen und gesagt, ja, bin ich halt weird, jetzt lebe ich damit und ihr müsst jetzt auch damit leben. Was ist das für ein Throwback? Erst die perverse Pizza und dann Weird L. Jankovic. Das ist doch eine Zeit. Ja, dessen Leben ja lustigerweise jetzt verfilmt wird gerade mit hier dem Darsteller von Frodo aus Herrn der Ringe in der Hauptrolle. Elijah Wood? Ja, genau, Elijah Wood spielt dann Weird L. Jankovic in dem Biopic, was bald kommt. Vielleicht werden wir ins Kino. Nein, ich glaube nicht, dass wir ins Kino gehen. Apropos Weird, wo ich das auch jetzt mir gerade eingefallen, genau, ich habe das Gefühl, ich benutze Weird nur positiv. Eigentlich, weil du ja gesagt hast, du benutzt das besonders, um so Situationen zu beschreiben, die du irgendwie als merkwürdig empfunden hast. Ich benutze es fast nur positiv, glaube ich. Einmal auf mich bezogen und auf Popkultur. Weil eine meiner Lieblingsarten von Filmen sind weirde Filme. Weirde Horrorfilme. Das ist mein absolutes Lieblings-Subgenre. Also diese Art von Filmen, wo wirklich eine sprechende Hose anfängt, jetzt Leute zu töten. Und das ist halt eine Kapitalismuskritik. Das ist genau mein Ding, so ein Film. Das passt ja auch zu dem, was du gesagt hast, unerwartet befremdlich. Aber für mich ist es total positiv, wenn man hier attuiert. Ja, klar, klar, klar. Ja, 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 ja. Finde ich ganz interessant. Aber finde ich auch interessant, wollen wir noch, wollen wir drüber reden, ob es einen Unterschied zu Awkward gibt oder wollen wir warten, falls wir es ziehen? Ja, falls wir es ziehen, glaube ich. Und das, was du beschreibst, Noah, ich kenn das auch zum Beispiel, dass man hat ja in Bezug auf Twin Peaks, als es rausgegangen, gibt es noch das Wort Quirky. Quirky, ja auch gut, haben wir leider nicht dabei. Aber das ist auch so ein Wort, was schon damals in den 90ern dann benutzt wurde für so, das hieß dann, glaube ich, Quirky Realism. Also es ist quasi Realität, aber es ist ein bisschen quirky, also ein bisschen, ja, verdreht irgendwie, was stimmt halt nicht. Leute faszinieren sich übertrieben stark für Kirschkuchen und Kaffee oder irgendwie sowas und es ist halt Quirky und wird ja heute auch völlig positiv benutzt. Weiß ich nicht, weil es gibt ja diesen Trope von so Quirky weiblichen Charakteren in so Serien und Filmen und das wird, glaube ich, mittlerweile total negativ geframed. Ah, okay, interessant, ja, stimmt. Weil das ist diese, du bist schon Quirky als Frau, wenn du Bücher liest und ab und zu über deine Füße stolperst. Ja, okay. Und das ist halt so ein krasser Job gewesen in der Popkultur ganz oder vielleicht auch immer noch. Aber wir reden nicht über Quirky, außer, ihr möchtet, dass wir über Quirky reden, dann müsst ihr uns diesen Begriff schicken. Denn ihr könnt uns, wir haben so viele Begriffe, aber ihr könnt uns trotzdem immer wieder neue schicken. Ja. Dann wird es tatsächlich zu einer Reihe und wir heben diese, den Zettelkasten auf und ich mache auch gerne wieder weitere Zettel dazu. Ja, bin ich jetzt damit zu? Ich habe, glaube ich, du hast probiert gezogen. Ja, richtig. Ich weiß nicht, wie viel wir noch schaffen, aber wir haben einen auf jeden Fall noch, vielleicht sogar noch zwei. Ja, nachdem. Crush. Ah. Crush, sehr gut. Ich habe sofort diesen Song im Kopf, der früher so ein Hit war. Was ist denn? Als ich noch ein Teenager war. Boah, ich weiß nicht mehr, wie die Sänger ringt. Das ist die Strawback schon. Strawback wäre eigentlich auch ein gutes Wort, ne? Ja, ja, ja. Also, jetzt gibt es so ein Hit, it's just a little crush. Das kann ich nicht. Das war unser Alter. Da habe ich das am ersten Mal gelernt und ich dachte irgendwie, was soll denn das heißen? Ich konnte dann auch kein Nicht-Gut-Englisch und ich dachte irgendwie, das heißt sowas wie Crash, also Unfall. Und ich dachte so, okay, hat die einen Unfall oder was? Warum geht es in diesem Song? Aber Crush, ja, es ist sowas wie eine lockere Form der Verliebtheit, ja? Lockere Verliebtheit, ja, ich dachte gerade... Verliebtheit ohne Konsequenzen, ohne dass man selber daraus vielleicht Konsequenzen ziehen will. Ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Ja. Also, ich habe das Gefühl, das heißt sowas wie, ja, ich könnte ja auch sagen, sowas wie, ich habe einen Crush zu... Auf, würde man sagen. Auf, auf, Emily Blunt oder sowas. Genau, Star Crush, das Latterty Crush, das sind oft... Genau, ich frage mich, ist Crush einfach das Pendant, das, was man jetzt sagt, und wir haben früher Schwarm gesagt, weil früher, als wir noch jung waren, ne Leute, lasst mir euch gesagt haben, die Pizza, die pervers schmeckt. Und dann dachte ich, ich habe... Mein Teenie-Schwarm... Ja, Nick Carter. Ist Aaron Carter. Ich weiß nicht, Aaron Carter. Süß. Ich weiß gar nicht, ob ich Aaron Carter Fan... Nee, also ich war kein Aaron Carter Fan, aber ich frage mich gerade, ob ich überhaupt die Generation von Aaron Carter von Nick Carter... Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch völlig egal. Aber ja, genau. Also ich frage mich einfach, ob das jetzt das Wort ist, was Jugend, jüngere Leute heute für das nennen, was wir früher Schwarm genannt haben, oder ob es einen Unterschied gibt. Bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, die Standardverwendung in den USA ist ja wirklich, wie in diesem Song ja auch, a little crush. Also im Sinne von, so hey, nimm das nicht ernst, bist halt ein bisschen verliebt, du musst dich da jetzt nicht reinsteigern. Also ich habe das Gefühl, sowas wie... Ja, lockere Verliebtheit ohne Konsequenzen wäre, ist eigentlich schon eine sehr gute Definition. Ich habe das Gefühl, man könnte aber, ich glaube, man würde auch Crush sagen, wenn man gerade am Daten ist und man hat so dieses Erste, man schwärmt für jemanden und es kann sich auch zu einer Verliebtheit entwickeln. Also es muss nicht nur dieses, es hat keine Konsequenzen, ich habe jetzt einen Crush auf, keine Ahnung... Ryan Gosling. Ja, ist nicht so ganz mein Typ. Ryan Reynolds. Ist nicht so ganz... Einen Ryan musst du haben. Ich wollte gerade sagen, mit den Rhyans müssen wir aufhören hier. Also ich habe auf jeden Fall einen Crush auf Ryan Reynolds, eher als an Ryan Gosling. Okay, interessant. So. Finde ich okay. Also ich habe das Gefühl, es ist so, es ist entweder diese... Es hat irgendeine Art von... Wieso guckst du denn so? Nix. Es hat irgendeine Art von Distanzmoment. Entweder, weil man wirklich so einen Starcrush hat oder auf jemanden, den man nur übers Internet kennt oder so. Also es hat irgendwie diese Distanz. Oder die Distanz so in der zeitlichen Kategorie nach dem Motto, ich date gerade eine Person. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich verliebt bin oder dass ich die Person liebe oder so. Das ist noch viel zu früh. Sondern wir sind im Anfangsstadium. Wir haben uns einmal getroffen. Das Date lief perfekt. Und dann sage ich, ich habe einen Crush auf die Person. Und vielleicht kann es auch... Das ist viel zu rational, finde ich. Kann sich auch entwickeln. Für Crush. Ja. Finde ich, ja. Ich habe das Gefühl, für mich wäre es Distanz entweder im Räumlichen oder im Zeitlichen, dass es ganz am Anfang steht von einem Prozess, der möglicherweise sich zu etwas Näheren entwickelt. Vielleicht auch nicht, ne? Ja, ja, ja. Na gut. Und deshalb würde ich bei lockere Verliebtheit würde ich auch mitgehen. Aber ohne Konsequenzen würde ich nicht sagen. Sondern es kann ohne Konsequenzen sein. Es kann sich aber auch zu etwas Näherem entwickeln. Ja, ich finde das... Ja, ich verstehe, was du beschreibst. Ich finde das Wort halt Crush ist ein total tolles Beispiel. Auch wieder für so typische Sprachdynamiken, weil es so eine Lücke füllt. Also, ich habe das Gefühl, Menschen haben natürlich so einen Drang zur sprachlichen Ökonomie auch. Also, dass sie versuchen, Dinge, wenn sie häufiger auftauchen, mit einem Wort festzunageln und zu sagen, das nennen wir jetzt so und so. Und statt es immer komplex zu beschreiben. Und das entwickelt sich ja meistens nicht aus dem Nichts, sondern man übernimmt es eben aus anderen Sprachen oder so. Und natürlich kann man auch diese Perspektive aufsetzen, dass man sagt, indem man das Wort lernt, merkt man plötzlich, dass das möglich ist. Zum Beispiel konsequenzenlos in jemandem verliebt zu sein, während wir vorher Verliebtheit gleich mit so einem starken Gewicht verbinden, dass man jetzt dadurch Konsequenzen eben ziehen muss. Deshalb würden wir ja schwärmen sagen. Die Stufe Vorverliebtheit haben wir ja früher als Schwärmen. Ja, vielleicht ist Schwärmen tatsächlich das Nächste. Also würdest du sagen, Crush und Schwarm ist eigentlich gleichbedeutend, dass man heute... Ja, natürlich nicht. Also, ich meine vom Konzept her. Ja, vom Konzept vielleicht schon. Wir würden heute nicht mehr schwärmen. Teenie-Schwarm würden wir nicht mehr... Damit sind wir halt die 40-Jährigen, die über die Kinder reden, die jetzt das erste Mal einen Schwarm haben. Aber niemand würde wahrscheinlich auf TikTok sagen, ich habe einen Schwarm. Man sagt ja auch nicht, ich habe einen Schwarm. Verstehst du? Das meine ich ja. Das will ich ja gerade. Wieso sagt er das denn? Das ist ja interessant. Natürlich kann man sagen, ich habe einen Schwarm und das ist Leonardo DiCaprio. Aber man sagt ja nicht, wie man auf Englisch sagt, I have a crush. Sowas wie... Er ist nicht das Gleiche wie ich habe einen Schwarm. Verstehst du? Ich habe er nicht. Naja, weil Schwarm im Deutschen schon verbindlicher ist. Kann ich auch zu meiner Partnerin sagen, das ist mein Schwarm. Nee, nee, wirklich nicht. Also, du würdest nie über deine Partnerin... Nee, Entschuldigung. Du würdest nicht über deine... Doch, du würdest ein süßes altes Pärchen vorstellen, wo jemand sagt, seit 30 Jahren ist Günther mein Schwarm. Nee, das wäre super merkwürdig. Das würde niemals jemand sagen. Das wäre doch süß. Komm, gib's zu. Aber nur, weil es witzig-sarkastisch ist, nicht ernst gemein. Du würdest nie ernst gemein sagen, meine Partnerin ist mein Schwarm. Leute, hilft mir. Würdet ihr sagen, wenn man in einer Beziehung ist, würde man von Schwarm reden? Nicht auf einer sarkastischen Art und Weise. Na gut. Aber trotzdem finde ich das Interessante ist, X ist mein Schwarm, ist, glaube ich, die typische Verwendung. Während I have a crush ist ja eher sowas Aktives, also was man stärker im Griff hat. Das fände ich irgendwie das Interessante. Ich habe einen Schwarm auf, sagt man nicht, ja. Ich schwärme für, würde man da mal sagen. Ja, genau, genau. Aber ich finde, ich finde, ich würde betonen, das ist das Interessante daran für mich, diese Kleine, weil das ist das Interessante. Man könnte jetzt sagen, ist es wirklich eins zu eins gleich Schwarm, Schwärmen, ja? To have a crush on someone, dasselbe wie Schwärmen. Dann könnte man sagen, okay, ich kann ein Gleichheitszeichen dazwischen setzen, aber trotzdem hat sich eine bestimmte Anzahl von Menschen in unserer Sprachgemeinschaft entschieden, das Wort crush zu adaptieren, zu übernehmen und anzupassen für ihre Zwecke. Und ich sehe sofort den Unterschied, nämlich, dass man sagt, ich schwärme von, oder X ist mein Schwarm, klingt noch so ein bisschen passivisch, so hoffnungslos, man kann nichts machen. Während sobald man sagt, I have a crush on, also ich habe einen Crush auf jemand, klingt das eher so ein bisschen wie, ja, mein Gott, habe ich halt, das ist so wie so eine, ja, wie soll ich sagen, wie so, so wie, ich habe gerade total Bock, jeden Tag Schokoladeneis zu essen, das geht halt irgendwann vorbei. Das wirkt dadurch ein bisschen lockerer und entspannter, so ein bisschen wie Job und Arbeit halt auch, ja? Arbeit ist so, oder noch besser, Job und Beruf. Beruf, ja, Beruf, daher schwenkt noch die ganze alte Bedeutung von Berufung und Berufensein und irgendwie das machen, für das man bestimmt ist und so Schicksalhaftigkeiten mit. Und all das wirft man ab, wenn man sagt, ja, ich mache halt einen Nebenjob, so what? Ja, ich, ich, äh... Und ich habe das Gefühl, bei Crush ist so eine ähnliche, lockere Unverbindlichkeit, schwingt da Stärke mit, als auch bei Schwarm oder Schwärmen. Ich habe das Gefühl, das ist genauso unverbindlich. Aber ein bisschen mehr würde ich sagen. Ja, könnt ihr uns gerne von eurer, ich habe aber auch ehrlich gesagt, glaube ich, in meinem Leben noch nie gesagt, ich habe einen Crush auf. Ja, ja, stimmt, ich sage es auch nicht. Aber ich glaube, da sind wir ein bisschen zu alt. Aber ich sage auch nicht, ich schwärme für. Also, das kommt mir wieder zu veraltet. Ich sage das beides nicht. Ja, ja, ja. Sondern, äh, ich würde sagen, vielleicht, ich stehe auf. Mhm. Weil das hat für mich auch so, also sowas wie, ne? Ich habe jetzt einen Film gesehen und der, der Schauspieler war super hot. Dann sage ich so, ey, ich finde den, ja, ich weiß nicht, dann würde ich sagen, ich finde den super hot. Oder ich stehe auf den oder so. Ja, 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 ja. Was auch unverbindlich ist und ich würde keine Konsequenzen daraus. Ich würde jetzt keinen Fanbrief schreiben. Ja, 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 ja. Wir haben, äh, meinst du, dass Crush im Duden steht? Gucken wir mal. Und Weird haben wir auch vergessen, oder? Ja, dann gucken wir mal beide. Ja. Okay, also beide Begriffe sind nicht im Duden. Also, was ja interessant ist, was zeigt, dass sie noch wahrscheinlich noch eine Zeit brauchen, um anzukommen. Weird hat mich überrascht. Weird hätte ich doch gedacht, dass es im Duden ist. Crush würde ich jetzt, hätte ich auch nicht gedacht. Aber oft nimmt der Duden auch, es hängt nicht nur davon ab, wie lange die Begriffe im Deutschen sind, sondern auch, ob sie im Deutschen eine eigene Bedeutung entwickeln. Und das ist ja auch interessant, weil man bei Crush sagen würde, bringt es wirklich was, es auch in den deutschen Duden aufzunehmen, wenn man im Englischen nicht fast die gleiche Bedeutung hat. Das würde ich bei Crush schon sehen. Ach so, soll ich mal Schwaben nachgucken eigentlich? Nein. Na gut. Aber es ist halt auch ein bisschen inkonsequent, dieses Kriterium, weil solche Begriffe wie Fair oder Training stehen halt auch im Duden. Aber die wiederum halt, weil sie schon so lange im Deutschen sind, ja, die sind ja schon in den 20er Jahren reingekommen, also in den 19, 20er Jahren in die deutsche Sprache, weil man da halt sich zum ersten Mal für amerikanischen Sport begeistert hat durch Radio, Funkübertragungen oder so, weil Boxen bekannt wichtig geworden ist und ähnliches mehr. Naja, aber deswegen, also vielleicht ist das auch der Grund, dass diese Begriffe, wenn man so denkt, ja, mein Gott, die Person, die in der Oxford Encyclopedia oder wo auch immer nachguckt, wird die richtige Bedeutung bekommen. Ja. Es hat im Deutschen noch nicht genug Eigenleben entwickelt. Ja. Also dann sagt uns gerne, ne, immer gerne Bescheid, was eure Intuition ist. Auch gerne in der Kontroverse Crush vs. Schwarm. Dann nächster Begriff. Ja. Ich ziehe, oder? Weiß ich nicht. Ich kann einfach eins. Ich nehme jetzt eins. Klingt jetzt auch nicht so viel für mich. Letzter Begriff wahrscheinlich sogar, ne? Ja. Oh, Wokeness oder To Be Woke. Ah ja. Woke war auch zweimal dabei. Ah, okay. Das heißt, das könnten wir nachher auch noch wieder raussuchen. Das haben zwei Leute uns geschickt. Ja. Ah, wir haben da sogar eine Nachricht so gekriegt, ne? So, weißt du noch, was da drin steht? Wollen wir mal schnell nachgucken? Ja, ich weiß, kann mich noch erinnern. Ich glaube, der Hinweis war halt natürlich, dass das Interessante an dem Begriff halt ist, dass er sowohl positiv als auch stark negativ verwendet wird. Ja, ja, ja. Und das finde ich halt total, das fand ich auch witzig, weil diejenige, die uns das geschickt hat, Grüße gehen raus, sie weiß, dass sie gemeint ist. Also zwei Leute haben das da geschickt, aber eine Person hat auch eine Nachricht. Genau, genau. Meinte so, ich weiß nicht, ob das gut ist für euch, weil der Begriff ja sowohl positiv als auch negativ besetzt ist, und da habe ich geschrieben, nee, das ist gerade gut, weil das kann man der Linguistik gut erklären. Und das ist halt interessant, weil es gibt halt etwas, was in der Linguistik, was der Linguist Eckehard Felder als semantische Kämpfe bezeichnet. Semantische Kämpfe sind Kämpfe, also Semantik ist die Lehre von der Bedeutung sprachlicher Zeichen. Also Semaion heißt halt einfach auf Altgriechisch Zeichen und Zeichen stehen ja immer für etwas anderes, haben damit eine Bedeutung. Und semantische Kämpfe passieren immer dann typischerweise, wenn eine Gruppe von Menschen in einer Sprach, größeren Sprachgemeinschaft vielleicht, sage ich mal, ein Konflikt oder ein Problem auffällt und sie benennen den und geben dem ein Wort und sagen dann zum Beispiel nur sowas wie, was weiß ich, Nachhaltigkeit, ein Begriff, der ja ganz lange ganz stark umkämpft war und von den Grünen, also von der Bewegung, aus der die Grünen hervorgegangen sind, in die Diskussion, in die Debatte, in die politische Debatte eingebracht worden sind. Und dann haben alle Leute, und es wird teilweise auch heute noch darum gekämpft, was Nachhaltigkeit ist, ja, es ist, und so weiter, ja. Also FDP und CDU haben einen Armbegriff von Nachhaltigkeit als die Grünen zum Beispiel. Und jetzt gucken wir mal bei Woke, ist ja das das Spannende eben. Wir nehmen mal das Adjektiv, ne? Ja, ja, genau. Woke hat ja erstmal was mit, ich meine ursprünglich hatte sie offensichtlich was mit der Kernbedürung, mit Wachheit und Wachsein, Wachsamsein zu tun, also sowas wie Wahrnehmen. Das ist eigentlich ein interessanter Begriff, weil ich würde auch sagen, der hat auch was damit zu tun, sowas wie, der bezieht sich offensichtlich zum Beispiel auf zu kritisierende gesellschaftliche Zustände. Und ich würde sagen, dass der Hauptangriffspunkt von Wokesein, von dem, dem gegenüber man wachsam sein sollte, ist systemischer Rassismus. Ja, also Rassismus. Überhaupt systemische Sachen, auch systemischer Sexismus. Also wir tragen alles, was mit System, also alles, was mit Systemen und Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen ist. also die Idee, dass es eben Sachen sind, die nicht nur eben punktuell da sind, dass zum Beispiel jemand irgendwie beschimpft wird, sondern die Frage, wie kommt es, dass man jemanden beschimpfen kann aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einem Geschlecht zum Beispiel oder einem zugeschriebenen Geschlecht oder so, oder aufgrund von Hautfarbe oder anderen Merkmalen. Und ich habe das Gefühl, und das ist sozusagen das Systemische daran. Und jetzt gibt es sozusagen, das ist halt das Interessante. Ich kenne halt positive Ausdrucksweisen von Woke, ja, zum Beispiel, wie heißt der Künstler, dieser Rap-Künstler, Childish Gambino, hat ja so einen Song, wo im Traffin eben immer wieder gesagt wird, stay woke, also sowas wie bleib wach, bleib wachsam für diese strukturelle Unterdrückung in gewisser Weise, auch als Appell an andere Persons of Color. Auf der anderen Seite wird halt dieses Wokeness als Negativbegriff, als stigmatisierter Begriff eine typische Strategie, die dann, oder eine typische gesellschaftliche Bewegung, die dann passiert, dass Leute, die sich von dieser neuen Perspektive, die durch dieses Wort greifbar wird, angegriffen fühlen, versuchen es zu entwerten, und das ist dann Teil dieses semantischen Kampfes, man nimmt den Begriff und macht ihn kaputt und versucht zu sagen, damit geht auch XYZ einher und dann macht man ihn zu einem Stigma-Wort, also Stigma-Wörter sind sozusagen Wörter, die, ja, also wie die Stigmata von Christus auf den Händen sozusagen, die Wunden, die für etwas stehen, sozusagen stigmatisieren, die sozusagen jemanden negativ markieren, das ist sozusagen, man versucht diesen Begriff so eine negative Bedeutung wie soll ich sagen, hineinzuschieben, ja, also, was weiß ich. Ja, um sich selbst auch davon abzugrenzen, das ist ja dann auch oft das Ding, ich bin absichtlich anti-woke oder so, ja, genau, genau, und sag jetzt irgendwelche Wörter, die ich angeblich nicht mehr sagen darf, früher durfte ich das auch noch sagen, diese Woke-Culture und so. Ja, oder das, was eben die Grünen, als sie angefangen haben, Politik zu machen, unter Nachhaltigkeit verstanden, wurde dann oft von anderen als Umweltterror bezeichnet, das ist auch, also, weil Terror schon ein etablierter Stigma-Begriff ist, weil alles, was man mit Terror beschreibt, ist ja negativ und muss vermieden werden, ja, oder Hass oder so, ist auch erstmal ein Begriff, der stigmatisiert, indem man ihn anderen Leuten zuschreibt und so, und ich habe das Gefühl, Woke ist ein total gutes Zeichen dafür, dass Sprache halt dynamisch ist und lebendig ist und dass wir alle um Wörter kämpfen und versuchen ihnen sozusagen, nein, ich verstehe das Wort richtig, nein, ich verstehe das Wort richtig und dieser Begriff ist halt mitten in diesem Kampf der Identitätspolitik sozusagen. Ja, ist auch so ein ganz krasses Bubble-Ding, ne? Ja. In der einen Bubble ist Woke eine total positive Zuschreibung und in der anderen ist das das Anti-Wort schlechthin. Ja, genau. Was ich halt ganz interessant finde, ist zum einen, bei vielen Begriffen, die wir jetzt hatten, die aus dem Englischen kommen, haben wir ja gesagt, okay, das hat vielleicht ein anderes Wort abgelöst, wie Crush und Schwarm, ob es jetzt eine unterschiedliche Bedeutung gibt, kann man ja noch drüber streiten, aber es gab zumindest ein Wort, was relativ nah dran ist oder bei Weird könnte man sagen, ist halt seltsam und dann hat sich vielleicht irgendwie nochmal eine andere Bedeutung dann in der Sprachpraxis irgendwie entwickelt, aber es ist trotzdem nah an einem anderen Wort dran. Bei Woke habe ich das Gefühl, weiß ich gar nicht, ob es da ein verwandtes Wort gäbe. Ich meine, natürlich steht das in naher Verwandtschaft zu politisch korrekt, aber Woke ist ja mehr so diese Einstellung, diese Haltung, während politisch korrekt, na gut, das ist irgendwie auch eine Haltung, aber hat dann viel irgendwie auch mit Sprache zu tun direkt und nicht so mit so einem Mindset unbedingt, obwohl wahrscheinlich schon, aber Woke ist mehr mit so einem Mindset wahrscheinlich verbunden als mit Sprache, oder? Also ich finde doch, politisch korrekt ist total gut, dass du darauf hinweist, ich habe das Gefühl, damit ist genau dasselbe passiert. Ich kann mich noch erinnern an Thilo Sahatins Buch Deutschland schafft sich ab, 2010 oder 2009 ist das erschienen, wo in einem der einleitenden Kapitel solche Sachen stehen, wie es war politisch korrekt, nicht darüber zu reden, dass schlechte Schulleistungen vielleicht weniger mit Migrationshintergrund und viel mehr mit Faulheit zu tun haben oder solche Sachen halt standen da eben. Und da wird genau versucht, sowas wie den Begriff politisch korrekt eben zu umzuwerten und zu sagen, das ist eine Blindheit, da wird das quasi umgedeutet zu so einer Art bürokratischem Zwang, der irgendwie von oben, von einer Elite auferlegt ist und dem müssen wir jetzt offensichtlich irgendwie folgen und das wollen wir aber gar nicht. Deswegen ist das politisch korrekte das Falsche. Also das ist sozusagen die Umdeutung, der er versucht dazu machen. Und ich habe das Gefühl, es ist aber echt schwierig eigentlich, gegen das Wort politisch, gegen diese Wortfolge, gegen diese Phrase politisch korrekt vorzugehen, weil korrekt halt immer, wenn es eine so positive Besetzung immer noch hat. Das stimmt. Und woke kann man halt eben sozusagen, kann man leichter, glaube ich, entwerten, weil sowas wie wach sein und wachsam sein natürlich total schnell umgekippt halt von so, du siehst ja überall nur noch Angriffe. Du kannst auch mal ein Auge zudrücken, ja, verstehst du? Und da kann man viel leichter mit bestimmten etablierten Sprachmustern begegnen, den Begriff umwerten und negativ werden. Das finde ich spannend. Aber würdest du dann sagen, politisch korrekt und woke ist eigentlich das Gleiche? Oder würdest du sagen, dass es eine andere Dimension ist, wie ich das Gefühl hatte, dass irgendwie woke mehr auf so ein Mindset geht und politisch korrekt vielleicht mehr auf Sprache und andere Handlungen? Ja, ja, ich glaube schon, dass der Begriff dazugekommen ist und also PC wurde es ja immer abgekürzt im englischen Diskurs stärker als im deutschen, weil natürlich hier PC auch PC und Computer bedeutet und so. Aber Political Correctness hatte eben tatsächlich, wurde, ja, das ist ja auch das Typische und das wurde schon so ein bisschen demontiert und wurde zu so einem inneren, aus einem inneren Haltungsding zu einem äußeren Verhaltensding, sowas wie, guck mal, jetzt redet auch der Chef von diesem ekelhaften Unternehmen politisch korrekt, aber wir wissen alle, was er in Wirklichkeit denkt. Und dann der Versuch, das äußere Verhalten wieder als innere und eigentliche der Persönlichkeit zu verlegen, ist, glaube ich, woke. Ja, das war auch die Intuition, das ist eher so was Inneres. Was ich auch interessant finde, ich habe das Gefühl, diese kritische Perspektivierung von dem Begriff funktioniert auch auf zwei Ebenen. Also das, was du gesagt hast, dass es so eine Entwertung ist von den Leuten, die halt natürlich sich selbst angegriffen fühlen von der sogenannten Woke Culture und dann sagen, oh, ich muss jetzt aus meiner bequemen Haltung, die ich jetzt mein ganzes Leben lang gehabt habe, muss ich jetzt raus und dann wollen die mir sagen, wie ich reden soll oder wo ich einkaufen soll oder was auch immer. Das sind natürlich die einen Leute, die gegen den Begriff Woke sind und das so stigmatisieren. Aber ich habe das Gefühl, was auch kritisiert wird an dem Begriff Woke, ist, dass es so gedeutet wird, dass das so was, dass Leute als Woke bezeichnen oder sich selbst als Woke bezeichnen und dass das so was Oberflächliches hat. So nach dem Motto, man sagt ja auch Woke Washing, also Queen Washing, also dass ich jetzt so tue, als wäre ich Woke, aber ich mache einfach nur das The Bare Minimum, um irgendwie, also das Wenigste, was ich machen muss, um irgendwie gut dazustehen, weil es gerade irgendwie in meiner Blase zum Beispiel gut ankommt, wenn ich jetzt die und die Sache mache und als Woke gelte, aber gleichzeitig bin ich eigentlich nicht Woke, sondern ich schmücke mich nur mit dieser Haltung. Ich habe das Gefühl, das ist auch so eine Kritik, die mit Woke einhergeht, dieses Woke Washing, dass Leute eigentlich sich diesen Stempel nur selber auftrücken, um irgendwie Anerkennung zu bekommen, weil es jetzt gerade halt irgendwie wichtig ist, Woke zu sein, aber gleichzeitig machen sie halt nichts, als bei Fridays for Future ein Like bei der Instagram-Seite zu machen, als jetzt wirklich sich um den Klimawandel zu kümmern zum Beispiel. Also ich glaube, das ist auch so eine Kritik, die man damit annimmt. Also zumindest habe ich das Gefühl. Ja, ja, klar, klar. Aber das ist ja auch eine typische Strategie, finde ich auch wieder von diesen semantischen Kämpfen, dass man das, wie soll ich sagen, Verhalten, also in einer komplexen Gesellschaft, die der unseren, ist halt kommunikatives Verhalten auch Verhalten, also auch entscheidendes Verhalten, ja, und damit mit kommunikativem Verhalten meine ich sowas wie zu Protestkundgebungen gehen, ja, weil Leute, die bei Fridays for Future demonstrieren, sind nun mal nicht in der politischen Elite, die jetzt irgendwie wichtige Entscheidungen über Klima und Wirtschaft treffen kann. Also ist ihre einzige Möglichkeit zu handeln, gemeinsam auf Proteste zu gehen. Und wie kann ich diese Proteste, wenn ich aus irgendwelchen Gründen sie für mich persönlich als problematisch empfinde, aufhalten, naja, indem ich eben, oder entwerten, indem ich sage, ja, mein Gott, die gehen halt auf die Straße und schreien ein bisschen rum, aber das machen die halt, weil ihre Freunde alle da sind oder sowas, ja. das ist total interessant, dass man sozusagen kommunikatives Verhalten versucht als so ein oberflächliches Mitrennen zu entwerten, statt zu sagen, nee, das ist ein Versuch, politisch aktiv zu sein. Aber ich das meine jetzt, also ich meine jetzt wirklich nicht, ich will dir auf keinen Fall sagen, dass Leute, die auf Demonstrationen gehen, so tun oder so. Ich meine nur, ich habe das Gefühl, dass auch in der Bubble von Menschen, denen Vogue sein und politische Korrektheit wichtig ist, also die gegen die systemischen Zustände ankämpfen, auch, also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht sehe ich das auch komplett falsch, auch gegebenenfalls irgendwie so eine Entwertung von dem Begriff Vogue stattfindet, wenn es auf dieser oberflächlichen Ebene ist. Deshalb meinte ich ja auch Vogue Washing, im Pride Month sind ja jetzt alle Bierkästen plötzlich in den Regenbogenfarben, aber nicht in Ländern, in denen das vielleicht nicht anerkannt wird. Na gut, aber Vogue Washing ist ja, ist wie bei Green Washing, Green ist gut, Vogue ist gut und deswegen ist Vogue Washing fake, falsches Vogue sein. Ja gut, Also das hat nichts mit dem Begriff Vogue zu tun, weil das Vogue ist ja das eigentlich Gute, was dort nur simuliert, aber nicht wirklich angenommen wird. wahrscheinlich würden die Leute in der gleichen Bubble dann sagen, sie tut nur so, als ob sie Vogue wäre und sie würden nicht Vogue selbst, ja okay, wahrscheinlich hast du recht. Ja, ja, ja. Okay. Aber das meine ich ja, also ich meine, trotzdem ist es ja interessant, was man bei, also es ist ja auch die gleiche Strategie von anderer Seite, also sozusagen, dass man sagt, es geht nicht um das äußere Verhalten, sondern um die inneren Einstellungen und Haltungen und dann versuchen die Leute, die diese Einstellung und Haltung problematisch für sich selber empfinden, sie zu entwerten, indem sie sie eben als reines äußeres Verhalten beschreiben. Ja, also indem ich zum Beispiel, wenn ich die, was sich Black Lives Matter oder Fridays for Future Proteste eben entwerten will, kann ich eben sagen so, ja, die laufen da halt ein bisschen rum mit den Schildern, statt zu sagen, sie sind politisch aktiv, weil sie eine bestimmte Veränderung in der Gesellschaft möchten, was ja wieder auf innere Werte verweisen würde. Und indem man die inneren Werte rauslässt, entwertet man das halt. Das finde ich immer voll spannend. Aber würde, also du würdest dann Woke als positiven Begriff so wahrnehmen? Ich denke schon, dass der erstmal positiv reingekommen ist. Und nur wenn du halt sozusagen dieses ganz andere Mindset. Selbstzuschreibung, eine positive Selbstzuschreibung einer bestimmten Haltung zu Rassismus oder Sexismus zum Beispiel. Okay. Ja. Ja, ich bin mir noch nicht sicher mit diesem, ob man nicht in der Bubble vielleicht doch irgendwie Woken ist, auch so ein bisschen negativ. sagt man nicht auch sowas wie so White Wokeness, so weiße Menschen, die jetzt plötzlich einen auf, aber dann würde man auch einen auf Woke machen. Ja, ja, genau, genau. Ah, okay. Du bist nämlich dann nicht wirklich Woke, verstehst du? Und das heißt ja immer noch, dass Woke sein gut ist. Ja, okay, okay, okay. Eine kurze Sidenote, wir gehen ja jetzt rein von unserem Sprachgefühl aus und gucken uns jetzt nicht zum Beispiel die Geschichte von Woke an, was ja auch interessant ist, aber ich glaube, da kennen wir uns beide viel zu wenig aus, aber das ist ja auch oft eine Sache, die dann passiert, dass der Begriff aus bestimmten Communities zum Beispiel hervorkommt und dann aber von anderen Communities aufgenommen wird und vielleicht in eine ganz andere Richtung gekehrt wird und so weiter. Er wird automatisch in eine neue Richtung gekehrt und von anderen Gruppen dann für sich eingenommen wird und dann sich losgelöst wird von der sehr ursprünglichen Bedeutung. Aber da müssten wir viel zu sehr recherchieren, um uns das nochmal ganz genau anzugucken, denke ich. Also interessant ist, Woke im Duden. Ja genau, also im Duden steht noch nichts, aber ich weiß, es gibt halt das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, das ist so ein relativ neues Wörterbuchprojekt, was wirklich versucht, die deutsche Sprache live und digital immer weiterzuentwickeln. Das ist auch total toll, weil man kann da zum Beispiel einfach eine Mail hinschreiben und sagen, könnten Sie bitte dieses Wort definieren, weil das entsteht gerade. Das ist ein Projekt, was auf über 20 Jahre angelegt ist und versucht wirklich, die deutsche Sprache in der Gegenwart komplett zu erfassen mit verschiedensten neuesten Techniken, wo man die Wörter sammelt und da findet man eben oft auch Wörter, die noch ganz jung und aktuell sind zum Beispiel. Und Woke ist da zum Beispiel schon drin. Das ist total interessant, es steht da, ich lese mal alles vor, Adjektiv, Komparativ, Woker, Superlativ am Wokesten, Steigerung selten, also wird selten benutzt. Wirst du Woker als jemand anders, würde man das wirklich... Steigerung selten heißt also, und das heißt in diesem Wörterbuch ganz genau, es kommt ab und zu vor. Ich habe das Leben noch nie gehört. Ja, ja. Aber okay, ja. Du könntest Woker sein. Es können halt alle möglichen Social Media Outlets und Zeitungen. Ich würde es auch nicht absprechen, ich wollte nur sagen, ich habe es noch nie gehört. Ja, ja, deswegen steht da auch selten. Und dann eine Aussprache Woke, klar, Herkunft aus Woke, Englisch erwacht, wacht, zu to wake, erwacht. Und dann ist es eben, steht hier Jargon, Jargon wird ja oft so abwertend benutzt, aber hier ist es gar nicht abwertend gemeint, sondern eher so, es ist eine gruppenspezifische Sprache. Ja. Und das heißt, es kann von verschiedenen Gruppen verschieden benutzt werden. Und hier steht, politisch bewusst, aufmerksam, sensibel, vor allem in Hinsicht auf gesellschaftliche Missstände. Ah, sensibel ist gut, ja, ja, stimmt. Genau. Und dann sind hier nur noch solche Beispiele, wie zum Beispiel in Bezug auf Thomas Gottschalk ein Zitat, eine junge Generation, die woke und ernsthaft unterwegs sei, halte ihn für einen jener alternden weißen Männer, die nichts dazugelernt und den Schuss nicht gehört haben. Ja. Also das sozusagen sagt Thomas Gottschalk über sich selbst, also die woke und ernsthaft unterwegs seiende Generation halte mich für einen alternden weißen Mann. Und dann sagt er was im nächsten Satz, das geht doch nicht, oder wie? Ja, das weiß ich. Das ist nicht. Okay, hier steht nicht genau woher, ich könnte das rauskriegen, aber der Titel dieses Artikels ist Thomas Gottschalk, Doppelpunkt, will nicht hinnehmen, dass mich im Netz Influencerinnen zur Ordnung rufen. Ach, Thomas Gottschalk. Egal, das ist ein neues Thema hier. Wir reden nicht über Thomas Gottschalk. Hier sind noch ein paar Begriffe, die ähnlich verwendet werden. Das können also, oder Synonymgruppen heißt das. Also es können auch Wortgruppen sein, das ist aktiv gegen Diskriminierung vorgehen oder sensibilisiert für soziale Ungerechtigkeiten. Aber politisch korrekt steht da nicht dabei? Nee. Okay, das ist eine Überraschung. Und das ist auch vielleicht interessant, es gibt ja dort die Wortverlaufskurven, wo man sich anschauen kann, wie oft taucht das Wort in den wichtigsten und meistverkauften deutschen Zeitungen und Presseoutlets, also auch online, also auf, also auch Spiegel Online ist dabei. Und da kann man wirklich eine krasse Steigerung sehen. Also 2014 kam es zum Beispiel in allen Zeitungen zehnmal vor, 2017 32mal, 2020 90mal und Gott, jetzt tauchen hier so viele Sachen auf, dass ich nicht alles sehen kann. So ein kleines Moment. Ich will nur das aktuelle Jahr sehen. Zeig mir das aktuelle Jahr. Hilfe. Und aktuell, das aktuellste ist, glaube ich, ich kann es leider nicht sehen, aber es scheint noch mehr da zu sein. Ah ja, genau. Also das ist interessant. Also 2020 90mal und 2021 schon 402mal. Also eine extreme Steigerung, dass dieser Begriff halt offensichtlich in den breiteren Medien verhandelt wird. was halt eben nicht nur dafür sprechen muss, dass wir jetzt plötzlich alle woke werden, woke sind, sondern dass viel darüber gesprochen wird. Ja, und man muss ja sagen, auf Social Media wäre das ja noch viel, viel, viel mehr. Es geht ja hier eher um die traditionelleren Zeitungsmedien, auch wenn es Online-Varianten sind, aber es ist ja trotzdem eher traditionell. Ja, genau. Und dass man da woke sagt und nicht zum Beispiel politisch korrekt ist, also so häufig ist schon auffällig. Ja, ja, auf jeden Fall. Super interessant. Ja, ich würde sagen, damit haben wir wie viele Begriffe heute geschafft? Ich glaube fünf. Wir haben Crush, Weird, Obscur, Kunst und Wokeness. Ah ja, das ist doch ganz gut gelaufen. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch eine Folge anschließen und wir würden uns total über Feedback von euch freuen, ob wir das häufiger machen sollen. Also mir macht es Spaß. Wir können total gerne eine zweite Folge aufnehmen. Ja, schickt uns gerne noch weitere Begriffe selbst. Wir haben gesagt, wir haben super viel, wir haben auch viel, aber wir nehmen gerne immer was dazu. Ja, klar. Ihr bekommt dann einen Zettel und ihr habt die Chance, direkt dabei zu sein bei der nächsten Folge. Und ihr habt ja auch jetzt ein Gefühl dafür bekommen, welche Art von Begriffen wir meinen. Ich fand es spannend, dass halt ganz viele aktuelle Begriffe da unten gekommen sind, die jetzt gerade eben so, gerade so die Membran der deutschen Sprache durchdringen, sozusagen, und Teil der unserer Sprachgemeinschaft werden. Das ist voll interessant. Aber natürlich auch solche breiten Begriffe wie Kunst. Ich verspreche, ich werde nie wieder soweit ausholen. Habt ihr aber jetzt Pech gehabt, dass ihr einen Begriff erwischt habt, zu dem ich als vier schon nachgedacht habe. Das ist auch das Einzige, zu dem Paul sich auskennt. Also keine Sorge, liebe Leute. Wenn ihr Wissen nehmt, dann werde ich auch so viel reden. Deshalb nehmt bitte nicht Wissen. Okay. Nein, das war trotzdem interessant. Wahrscheinlich. Also schickt uns direkt Begriffe. Uns wäre total cool, wenn ihr uns entweder per Mail oder gerne unter den Instagram-Post oder unter das YouTube-Video schreibt, wie ihr diese Begriffe definieren würdet. Was ist euer Sprachgefühl bei Obscur? Habt ihr das Gefühl, wir haben das total falsch verstanden und benutzt das offensichtlich falsch, weil es im Duden ganz anders definiert wird. Wie seht ihr das mit Crush und Schwarm, mit Woke? Wie nehmt ihr das wahr mit der Umdeutung oder mit der Kritik, mit der Stigmatisierung? Schreibt uns da gerne und wir machen da gerne noch mehr Folgen, weil ich finde das super spannend. Ja, und vielleicht eine letzte Frage, wirklich um mich als Linguistin zu beruhigen. Also findet ihr das okay, dass wir uns nicht die Definition vorher anschauen und von ihr ausgehend über die Begriffe sprechen? Weil ich finde, ich hätte natürlich gerne vorher schon gesehen, gibt es dazu eine Interpretation oder nicht? Das würde mich total krass primen, wenn ich das schon vorher verstehe. Ich frage ja auch nicht dich, ich kenne ja deine Position, du musst sie nicht nochmal sagen. Aber ich möchte nur kurz sagen, bei Obscur hätte uns das total krass in so eine Richtung gebracht, weil wir dann direkt von Obskuren gestalten und so geredet hätten. Auch das ist mir klar, dass du das sagst. Ich frage ja auch nicht dich, ich frage unsere HörerInnen, ob sie uns bitte sagen können, sollen wir lieber vorher in ein Wörterbuch gucken oder nicht? Oder soll vielleicht nur ich in das Wörterbuch vorher gucken und Rebecca nicht oder so, damit das ein bisschen anders ist? Also irgendeine Lösung. Also wenn ihr dazu Ideen habt, schreibt uns gerne. Also lieber spontan, lieber vorbereitet oder lieber halb vorbereitet. Was bedeutet, dass nur eine Hälfte von uns sich vorbereitet? Das finde ich gut. Okay. Ja, alles klar. Dann hoffe ich, eure Folge, diese Folge hat euch Spaß gemacht und eure Begriffe sind vielleicht ein bisschen euch klarer geworden. Wenn nicht, schickt uns Feedback. Ich als Sprachforscher freue mich natürlich, wenn ihr sagt, nein, da fehlt noch eine Dimension. Es ist immer ein Gewinn und wenn ihr völlig zufrieden damit seid, auch interessant. Ja, genau. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Vielen Dank.